Soh... Hallo? Is it me or...? Look at the bottom. I can see you in your ribs. I can see you in your smile. Soh... What's going on? Good morning. Good morning. Good morning. What's going on? Good morning. Good morning. What have you done here? Good morning. Was habt ihr wieder gemacht, dass ich das über mich ergehen lassen muss? Wunderbar. Leute, das habt ihr gefolgt. Hello. Okay, ich schiebe euch jetzt noch mal ein bisschen zusammen bei den Chats. Boom. Chats number one. Und Chats number two. Rats. So, guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt einen wundervollen Start in den Sonntag. Vielleicht ist es ja auch einfach noch ein Sonntag. Ah, eins gerade durch. Ah. Ja, die haben ja sehr viele Reisen, richtig? Diese Strecken sind ja gut verteilt. Auf der Welt. Eigentlich sehr unschön. Sehr umweltbelastender Sport. Weil man ja auch viel durch die Gegend muss. Aber ist ja keiner auch bei allen internationalen Sachen so, richtig? Ist ja ein bisschen bei allen internationalen Sachen so. Muss mal gucken. Aber cool, ich habe das ganz, 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 ganz früher auch geguckt. Da hat das ein Schulfreund von mir gerne geschaut. Da habe ich da... ...und dann fand ich gar nicht mehr. Spiel zu Dragon Dogma 2. Ich spiele erstmal noch das ein bisschen. Und dann überlege ich. Also aktuell bin ich hier noch etwas hängen geblieben. Auf dem Game. Wow, warum bin ich da? Aktuell bin ich auf diesem Game noch etwas hängen geblieben. Und würde das... ...zur Zeit noch spielen wollen. Hier ist irgendwo eine Katze. Da. Fehlt die Katze da? Ich weiß nicht, was ich mir da machen soll. Ah! Ich muss sie fangen. Da ist sie. Super süß. Wir gehen erstmal mit einer Katzenknuddelung. Was ja wahrscheinlich erst mal was grüßes ist. Ja, das ist ja gar nicht so. Ich würde mir dann auch noch mal machen. Bei ihr, bei euch sieht es flüssig aus. Ich stelle hier mal nochmal auf FPS, würde ich sagen. Ist es schon. Aha. Die Tiefenschärfe ein. Die Jetanisierung. Das weiß ich mal nicht, was das hier ist. Oh, da ist oben ein Unfall. In den Fällen gehen wir natürlich immer noch ein. Warum bist du dir einig? Was wirst du jetzt bereuen? Umruh. War das zu? War dasstrah Druck. Killer, oder? War das St400 Windermann ant? War das? War das؟ War das? War das? War das? War das? War das? War das? Okay, okay. So, ich kann jetzt noch niemals helfen. Ich könnte aber nicht auf die Schwieger sein. Guck mal, ist ihm geholfen? Aber das ist doch ein ziemlich komischer Nachhinein. Wer ist das? Das irritiert mich noch. Oh, der Sound ballert. I'm sorry. Es tut mir so leid. So. Sehen wir nicht in Zukunft. Ich glaube, ja. Ich habe es schon installiert. Und während des Spiels tut mir sehr leid gerade, dass das sehr, sehr laut war. Aber ich höre es halt hier übel leise. Ich habe hier die Boxen runter gedreht. Oh. Oh. Aber ich werde eigentlich zur 2. Das sieht alles auf der Karte so klein aus. Aber dabei ist die Karte sehr, sehr groß. Und dadurch natürlich kinder crazy. wie viel man hier dann doch erkunden darf. Und dann ist hier, glaube ich, irgendein Arsch drin. Und den Arsch machen wir. Vorher schaue ich aber erst noch, was die gedroppt haben. Das ist auch noch 123er, ne? Aber er macht doch den Schaden, den erlittenen Schaden höher. Das Problem ist halt, ich habe mit den Speeren noch keinen Kampfstil. Keinen weiteren. Ich käppe mich so ein bisschen selbst. So. Ich käppe mich leider noch ein wenig selbst. Okay. Ich würde gerne mächtiger Krieger alles haben. Aber das ist... Die Setpreise dafür sind ultra teuer. So. Aber da drin ist ein Arsch. Den Arsch. Müssen wir aufreißen. Gegen den bin ich auch schlecht. Das ist schon mal nicht gut. Die Kisten und so hört er nicht. So. Und die... Aber ich bin auch einfach eine Maschine. So. Jetzt haben wir wieder jemanden geknallt. Aber... Noch nichts super cooles bekommen. Aber wir kriegen hier so ganz viele kleine Kacksachen. ganz viele Kimonos. Aber... Wollen wir die? So. Guten Morgen euch. Fühlst du das Game bisher an? So. Keiner macht Reactions. Keiner macht Reactions. Zu dem Spiel meinst du? Ist doch gut. Ich muss die ganze Zeit an dieses Lied denken. So. Aber Reactions sind wieder wichtig. Und Reactions kann man ja gar nicht existieren. I mean... Wie soll das gehen? How is this even positive? So. Aber Dragon's Dogma? Ja. Also wir werden uns das glaube ich noch anschauen. Weil Gameplay wise habe ich auf jeden Fall Bock. Ich habe jetzt nur schon ein bisschen Rise of Ronin angefangen. Und ich müsste ja die Steuerung umstellen. Was sehr anstrengend ist. So in der Höhle war ich schon mal. Oh, ich hab die Kiste vergessen. Oh! Hier ist da jetzt eine Kiste aufgetaucht. Guten Morgen. Ich hab tatsächlich die Kiste vergessen. Das wollen wir nicht. Aber ich dachte das war nur so eine offene. Aber die ist einfach hinter dem. Oh, ich bin so lost ey. Donk. Okay. Coole Schuhe. Und eine Go Brett. Nusseide. Weiter. Okay. Hier haben wir noch ein paar coole Gewehre. Wo unser Gewehr ist hier schon. Schon ziemlich maxed. Guck mal hier. Großartiger Schwertheiler. Mann. Es gibt so viele Traits hier in dem Game. Das sind einfach zu viele. Ich krieg hier. Ich krieg hier wenig Sachen miteinander kombiniert. Wir werden geredet. So. Aber großartiger Schwertheiler hätten wir jetzt zwei. Zwei. Drei. Zwei. Wir werden geredet. Und vielleicht ein ganzes Set tragen. Und vielleicht ein ganzes Set tragen. Oh, die Schuhe sind gut. Dann probieren wir das mal. Mal. Die Handschuhe sind ein bisschen schlecht. Drei. Boom. Resonanz. So. Jetzt haben wir alle Bonus-Effekte. Ich weiß nicht, warum der lockt ist. Ich weiß noch gar nicht, wie man lockt. Ja. So. Okay. Wir sehen scheiße aus. Bin ich ehrlich. Aber. Doesn't matter. Weil wir sind jetzt. Krass. Kann das krass sein. Ist das wichtigste. Ich glaube, das Game ist was. Ja, genau. Also einige Playstation-Exclusives verabschieden sich von der Exklusivität. Das Game ist noch sehr traditionell rausgekommen. Ich weiß auch noch nicht, wer da so den größeren Vorteil eigentlich am Ende des Tages hat. Also wer profitiert am meisten von Exklusivität? Müssen das Spiele mittlerweile zahlen? Oder legt das wirklich einfach nur die Konsole selber fest? Also wer ist hier der Schuldige? Dass wir kein... Also dass jetzt quasi EA und Playstation so ein paar Sachen lockern. Auf der einen Seite. Ja. Ja. Also God of War zum Beispiel. Ja. Keine Exklusiv. Weil... meine Verkaufs... Ich habe das Gefühl, man kann Verkaufszahlen auf jeden Fall künstlich... gut erhöhen. Ist das ein Gegner? Nein, ist er nicht. Da drin ist ein Gegner. Ich weiß auch, wie ich reinkomme. Weil die Frage ist, ist da jetzt ein Boss drin? Da kann man drüber. Ja. So, Kaffeemaschine ist fast fertig. Ah, meine ist schon einmal durchgelassen. Aber ich lasse jetzt hier noch eine andere durchlaufen, Leute. Motivation, Kaffee zu trinken. Doch, close. Hier muss jetzt ein Gegner sein, oder? Oder nicht? Tierhaut. Da oben. Doch, da ist einer, sitzt er. Wow. Wow, 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 wow. Das macht er was. Oh, der ist krass. Der hat mich gewonnen. Und der hat mich richtig viel Zeug gekostet. Den machen wir noch mal. Aber wir machen mal den Ton ein bisschen lauter. Da will ich auch noch ein bisschen was vom Game mitbekommen. Aber ihr wollt lieber Dragons Dogma sehen, oder was? Leute. Ihr habt eine kleine... Wie bin ich jetzt hier gespawnt? Ihr habt eine kleine Dragons Dogma sucht? Habe ich ein paar lustige Clips auf jeden Fall gesehen. Ist ja auch eine kleine Comedy Show. Muss man sagen. Ist auch eine kleine Comedy Show, weil tatsächlich natürlich NPCs... Also hier ist ja auch das Pferd. Das Pferd macht ja auch sehr viel Bullshit. Guck mal, jetzt wird er ordentlich angezeigt. Aber wie kriege ich den heimlich gekillt? Oder wenigstens schon mal angestochen. Okay. Na gut. Also Blutrache haben wir schon mal genommen. Ah, der ist viel stärker als ich. Das ist doch gemein. Boah, der schwebt die ganze Zeit. Boah, Alter. Der Wirbelwirbler ist ja ultra OP. Okay, das ist bisher bei Far der stärkste Gegner. Der... Mit dem ist nicht zu spaßen. Der ist auch stärker gegen uns. Es gibt ja hier so eine Kampfstier-Geschichte. Das Problem ist halt, ich spiele gerne Speer. Und mein Speer ist auch ultra strong. Aber beim Speer... Ich habe irgendwie beim Katana schon sechs Kampfstile oder so. Und beim Speer noch gar keinen. Deswegen ich kann da jetzt noch nicht besser behaupten gegen den. Aber wir können ihn zumindest start gritten. So, was schon mal... Alter, dieser Wirbler ist halt ein One-Hit. Dieser Wirbler ist einfach... Also ich kann ihn nicht dongen. Wir versuchen mal wegzurennen, wenn er den Wirbler macht. Aber ich habe nicht genug I-Frames. Weil er ja einfach sich weiter dreht. Aber er hat einen neuen Schwertstil für uns. Aber ich glaube halt für diese Monster-Waffe, ne. Wir haben ja hier noch eine andere Waffe am Start. Ja, es ist ein One-Shot. Ich kann so viel rollen, wie ich will. Es ist straight up ein One-Shot. Das ist krass. Stell dir vor, der Garant Spin-to-Win-Move sind alles Weiger-Uls. Also jeder Tick. Das ist schon viel. Das ist schon sehr viel. Wir versuchen mal gleich wegzurennen. Wir machen drei Hits oder so. So, ein, zwei. Okay. Das ist ein Grab. Oh. Ha. Er fliegt straight up über die ganze Karte. Okay, also wenn wir Abstand haben, wie geht es? Oh, ich habe gar keine Ausdauer. Er hat meine Ausdauer. Okay. Also er ist nur in der Luft. Wächst, er ist gut umgesetzt. Also Wächst, er ist gut umgesetzt, weil er das überlebt. Oh, oh. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch da ist. Oh, oh. Ist er noch da? Gehen wir gleich hier lang. Irgendwie sieht das so aus, als ob er nicht hier draufstehen kann. Okay. Jetzt nur ein Hinweis. Genau. Ich muss ein bisschen wie bei Nio nach Angriffen das Blut wegmachen. Das müsste ich echt tun. Aber die Frage ist, bleibt er hier? Aber bleibt noch da. Okay. Weil es gibt ja nachts andere Gegner als tagsüber. Und ich war hier. Das war sehr schnell. Okay. Also wenn wir einen Kilometer Abstand haben, dann sind wir nur tot statt ganz tot. Ich geh mal raus, weil er ist ja hier eingesperrt. Das Wude ist, er ist ja hier stuck. Ja, wenn die Klingung rechts leuchtet, kann ich hier so sauber machen. Dann kriege ich die Ausdauer wieder. Aber es ist noch wenig nicht. Nein, nein. Der leuchtet jetzt hier weiter, na? Dann kriege ich ihn wieder ab. Boah, die Range ist viel zu groß. Die Range haben sie zu groß gemacht. Der verfehlt wirklich maßlos. Aber wir schießen den einfach auch in den. Wir schießen den und machen parallel dazu Kaffee. Leute, das ist doch eine Win-Win-Situation. Wir machen entspannt Kaffee dazu. Und dann gucken wir mal, was passiert. Okay. Aber der hat ein bisschen, der hat nun ja zu viele Moves. Wir haben noch nicht die nötigen Game-Optionen. Dass wir jetzt kein Kampfsteel festlegen können, bei dem wir, oh shit, bei dem wir gut gegen ihn wären, ist halt ein Nachteil. Wir haben natürlich alle Demenz des Todes. So, jetzt haben wir hier noch einen weiteren Flüchtigen besiegt. Und noch ein Langschwert bekommen. Der sieht auch cool aus. Wo ist das Langschwert? Hä? Da. Das ist ganz unten. Das macht mehr Attentat-Damage. Hier, guckt mal. Aber beim Langschwert habe ich verschiedene Stile. Seht ihr das? Das kann ich halt anders machen. Ich könnte jetzt quasi verschiedene Stile wechseln. Was den Vorteil hat, dass ich hier andere Moves habe. So, Langschwerter, welch eine langsame Angelegenheit, indem sie primär die größten Schaden deinen einzelnen Lieb vorursachen. So, wir können hier auch aufladen. So. Wenn du Stile wechselst, ändert sich deine Grund- und Offenbarung. Ja, das ist ein cooler Parry tatsächlich. Okay, guckt mal. Wir können jetzt quasi hier Stile ändern. Wir können jetzt hier von unten fighten oder so hier. Und das ist halt gegen unterschiedlichste Gegner unterschiedlich nützlich. Das haben die bei Nioh auch gemacht. Aber das hat eher verstanden. Das hat... Oh, Leute. Alter. Okay, das ist ja Turbo-Brogen. Ja, testet mal dieses Riesending. Ja, aber diese Kralle. Leute, könnt ihr euch noch an die Kralle erinnern? Ich gucke nach einem Monat lang mal wieder rein. Dann, äh, guten Morgen. Und hallo dir. Ich hoffe, dir geht es gut. Ich hoffe, du bist glücklich. Danke für die Rates, by the way. Sorry, dass ich den vollständig mitbekommen habe. Da habe ich geschlafen. Es ist noch spät. Boah, ich habe übel viel dazu bekommen. Wow, wow, wow. War ja gar nicht mal so wenig. So, was habe ich hier Neues gekriegt? Das ist da unten, ne? Oh, das ist egal. Wir bleiben mal bei den Schwertheiligen. So. Mehr Stärke. Wir können jetzt hier mehr Stärke investieren. Das Auto macht gut gut. Und was? Nachdem du einen erfolgreichen gegnerischen Angriff in deinem Konto repariert hast, so dass du die Gegner für kauern anfällig hast. Oha. Okay, wir machen mal das. Dann haben wir noch mehr Potions. Potions sind sehr, 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 sehr wichtig. Erhöht den verursachten Schaden, die Gesundheit ist. Ah, das finde ich eigentlich nicht so geil. Aha. Ich stelle da eine ganz kleine Menge in Chi wieder her. So, weil ich will eigentlich erstmal so ein paar Basissachen freischalten. So ein paar gute Basissachen. Und dazu brauchen wir jeden Stat. Guck mal, wir haben jetzt kein Charisma. Kein gar nichts. Und wir brauchen quasi mehr Zeug davon. Möglichst dir das Herstellen von Kraft aus und KI-Wirkstoff. In diesem Medizin. Aha, okay. Boah, das habe ich auch noch nicht, ne? Ne, jetzt habe ich zwei von zwei. Ich bin ein übelster Idiot. Kann ich das rückgängig machen? Kann ich das rückgängig machen? Durch die Geschwindigkeit von Gewehrschössen, die von Schaden weit und weit und weit geht. Aha. Das könnte man auch machen, aber wir machen mal gar nichts davon. Also im Prinzip will ich nach unten wandern. Und das Problem bei dem Leveln hier ist, dass ihr, also einerseits muss man teilweise von der Geschichte fortfahren. und andererseits braucht man manchmal den den Stat, wie zum Beispiel Geschicklichkeit und manchmal braucht man einen Fertigkeitspunkt. Das ist quasi recht random. Erhöht, wie weit die Turm-Geschossel-Werbungen? So. Will ich das? Sprint-Attentat sieht irgendwie auch geil aus. Möglichst in kurzer Abfolge auf zwei Gegner-Attentate zu verüben. Boah, das ist ja geil. Testen das mal. Töte bestimmte Gegner mit einem Wurfanker ohne ihre Verbünde in der Nähe zu alarmieren. Oh. Bruder, wie angriffsschade ich dazu bekomme. So. Okay, ja, so ganz verstehe ich noch nicht wann, wie viel ich wann, warum, wie bekomme. Das ist mir noch nicht ganz klar. Muss ich sagen. Aber wir haben Wasser gekocht. Und das muss erst mal reichen. So. Wir haben Wasser. Wir lieben jetzt hier das übste Zeug rein. Wir spielen nachher übrigens noch in ein Indie-Game wieder. Wir spielen nachher noch in ein Indie-Game. Ich versuche ja, so oft wie es geht, tatsächlich kleinere Spiele zu unterstützen. und ja. Na, wo das Budget auf jeden Fall nicht so groß ist oder ja, oder es einfach klein und unbekannt ist. Und man freut sich natürlich diesen Menschen, die so ein Spiel programmieren, tatsächlich eine Chance zu geben. und das macht mich sehr glücklich. Da ist eine Pferderettung. Da ist noch eine Katze. Wir gehen mal da hin. Sagst du, in dem Game wird es durchgezogen. Also ich würde, ich finde es eigentlich ganz geil. Ich mag ja tatsächlich alle Souls-Likes. Oder ich spiele halt tatsächlich gerne so. Oh, wo ist hier eine Katze, Leute? Sieh da. Oh, da gibt es da gibt es Zwist. Da gibt es Streit. Da gehen wir hin. Oh, da ist jemand. Wer ist das? Oh, ich hoffe, es geht dir gut. Das ist ein Schmied. In letzter Zeit sind ein Ich versuche schon verzweifelt sie zu Du siehst aus, als wärst du gut in Form. Ja, erzähl mal. Natürlich wirst du dafür entsprechen. So, du kannst es immer mit uns eintauschen, besondere Gegenstände zu halten. Die Auswahlgegenstände begrüßt du, indem du Flüchtlinge besiegst. Ja, also das Problem ist... Ah, guck mal, hier kann ich Stärkepunkte kaufen. Und das ist ein Schlagstock. Besiege 33 Flüchtige. Ah, wie viel Auswahl der hat. Und wie krass die Waffe ist. Hast du den Multiplayer bei Rise of Wunsch ausprobiert? Nee, noch nicht. Ich hab da noch ein paar Fragen auf jeden Fall. Es gibt ja quasi so Missionen. So kleine Dungeons, würde man sagen. Da kann man Leute entsprechend einladen. Ich hab am Anfang natürlich viel mit dieser Zwillingsgeschichte gespielt, aber jetzt... Also ich find alleine irgendwie auch okay. Weil ich will ja so ein bisschen noch die Herausforderung. Was will ich hier oben? Mal hier hin. Rück alles raus. So. Das ist halt total. So. Wann mal, wir ändern mal den Stil. Guck mal, jetzt sind wir besser gegen den. Jetzt sind wir actually besser gegen den. Oh shit. Ja, ja, das mit dem Gleichflug will der mir jetzt unbedingt zeigen. Alter. Uh, der riecht aber total. Hat das noch einer? Den hab ich gar nicht mitbekommen. Hello. Ich glaub, der stand Wache. Du hast mich gerettet. Es ist nicht viel, aber ich möchte dir das geben. Oh, Alter, ich hab den übel voll gespritzt. Stangenwaffe des Dandys. Und jetzt dreht er komplett. Boah, hier ist auch jemand. Hier ist auch ein neuer Kampfstil, aber der hat mich da schon fertig gemacht. Wir gucken uns das gleich an. Seht ihr, ich konnte quasi den Kampfstil ändern, was sehr, sehr nützlich war und plötzlich hab ich halt einfach deutlich mehr Schaden gegen gemacht. Und das ist eigentlich etwas sehr, sehr Nices. Ich find's zumindest ne coole Idee. Was hat uns noch gegeben? So, mehr Gegenstände, das braucht man nicht wirklich. Okay, wir haben noch das hier. Wir haben noch hier so ein paar Bücher und so weiter. Das Ding zum Beispiel, das kann man niemandem schenken. Also es gibt auch so Beziehungsmechanics mit den NPCs, das war schon bei Wolong so. Also sie haben einfach Nio und Wolong, also man merkt halt, dass die Macher ihrem Gelernten treu bleiben und du eine gute Beziehung aufbauen kannst zu deinen Mates und dann kriegst du halt Bonus-Effekte oder gar ganze Sets. So, das hab ich ja vorher auch immer so gemacht. Hier war ich noch Moby Dick bekommen. Und Gips. So, und ich würde aber gerne, wir gehen erstmal noch zu dem Schein hier. Die Karte sieht ja zu kleiner aus, aber dann im Spiel ist recht groß. Genau, und da gibt es noch so eine andere Multiplayer Geschichte, wo Leute bedroht werden. Dann helfe ich denen. Und dann haben die aber so ganz weirde Namen. Die haben da irgendwelche Zahlen und so als Namen. Oh, nee, nee, nee. Ja, wurde es noch nicht gleich. Angreifen war jetzt auch nicht besonders schlau. So, wir beten hier so ein bisschen. Das Spiel will so ein bisschen Witcher-artig, dass man sehr, sehr viel erkundet. was ich verstehen kann. Weil man wird halt fürs Erkunden schon sehr hart belohnt. Da ist immer noch so eine Katze, ne? Hier komme ich zum Beispiel auch noch nicht rein. Ah, nee, doch, da war ich schon drin, okay. Ich überlege, ob ich zu dem hier gehe, weil der hat auch noch krasse Kleidung für uns. Aber wir probieren es mal das hier. Pferd. Ich versuche hier rauszukommen. Ist das der richtige Weg? Nee. Guck mal, wie weit weg das ist. Da, komisch. Kommt noch Matthäus zu ihm, in dem er Backpack bei den Rucksack sortiert hat. Als eigentlich zocken, weil er immer neu sortiert hat. Das ist die normale Matteo Erfahrung. Wir nennen das hier, wir müssen einen voll Matteo machen. Das ist normal. Ja, also das ist also ich weiß nicht, ob es wirklich so schlimm ist. Ich habe hier nicht super viel zugeschaut. Aber der Voll Matteo der ist ein Klassiker. Da drüben wird geprügelt. irgendwie schon. Da, seht ihr das? Das ist so gegen den ich jetzt schlecht. Und jetzt bin ich richtig gut gegen den. Also der Kampfstil ist quasi ideal. schlägt. Aber der hat auch so so viel reich macht, kann ich ja nicht raus, weil ich bin ja noch in meiner Attack Animation. Seinmal geht die Open World gar nicht. Aber dazu geht die Hauptmission nur teilweise. Das ist aber weird. Also ich muss sagen, es ist eine limitierte Open World. Also es ist nicht super crazy. Und das ist aber auch gar nicht schlimm. das Pferd ist auch shit. Das ist ziemlich verpasst. Das Pferd ist auf geäugt. Also ich finde es hat einen guten Spielwahnwert. Ich hätte gedacht das ein lineares Game ist. Weil ich finde das passt halt sehr gut zu linearen Spielen. Diese Art und Weise des Games generell. Aber muss ja auch nicht sein. Einige Gegner sind sehr 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 stark. Also hier muss ich alles überpassen. Außer vielleicht die ersten Ne. Er hat fast instant tot. Wenn er halt ein Grab macht. Ja. Also das sind bisher die bei fahrstärksten Gegner. Es sind alles One Shots und die Spawn Punkte sind leider auch absolut ass. Wir müssen mal den hier erkunden würde ich sagen. Ich glaube das ist das Beste wenn wir das machen. Spawn Punkt ist leider super ass. Und die Stadt ist halt auch sehr groß. Die Stadt ist wirklich riesig. Auf der Karte sieht das ganz harmlos aus. Es ist wirklich big. Natürlich kann man nicht alles machen. Auch kann man hier denke ich viel über die Grafik und sowas reden. Aber das was ich nicht was es sein. So. Gift Wetzstein. Ich kaufe mal so einen. Also ich meine ich crafte mir ein paar davon. Und da gucken wir mal ob wir den vielleicht vergiftet bekommen. Gift ist ja disgusting. Und disgusting ist hier gut. So dann gehen wir kurz hier hin. Uns wurde berichtet dass hier dubiose Gegenstände gefertigt werden. Ja ja hier ist hier Story aber Story ignorieren wir nicht. Wir müssen unsere Ehre da holen. Wie das hier lang haben. Ja wo liegt der Typ da er ist wirklich am schlafen als absolut brutal eigentlich immer noch einen Meter weg dann machen wir glaube ich den nehmen. Wir machen unsere Waffe giftig. Dann stoppen wir mit einem Hoppen Crit. So jetzt haben wir den vergiftet. Und dann Okay wir müssen auf jeden Fall unsere Ausdauer wieder herstellen. Alter die Range ist unendlich. Okay und das ist der Rates Papa. Das war ein Crack. Das war ein Crack. Er hat uns legit durch die gesamte Karte gegräbt. Oh my God. Okay. Das ist krass. Das muss man auf jeden Fall lernen. Also ich könnte den jetzt wieder cheesen und wegrennen wieder hinrennen wegrennen wieder hinrennen und den einfach immer wieder neu aufspießen und backstabben. Also man kann die auf jeden Fall sehr einfach cheesen die Gegner. Aber da lerne ich auch nicht. war der ist vergiftet aber ich bin schon halb wohl. So da bin ich auch gern mal so machen. Das juckt den halt überhaupt. Das ist immer noch ein Grab. Der Grab. Ich bin jetzt die maximale Distanz gerannt. Es ist immer noch ein Grab über die ganze Map. heftig. Das ist brutal. Das ist ja absolut brutal. leute. Die mit dem großen Schwert sind legit nicht schaffbar. Wow. Also der ist levelwise auf jeden Fall eine Herausforderung. Also wir sind für den underleveled. ganz klar. Aber na gelb heißt ich glaube rot war chancenlos und gelb war you gonna die aber wir schießen den jetzt. Also das mir zu ich glaube der ist einfach nicht richtig zu sein. Der Gift war schon mal ganz geil. Gift müssen wir halt mehr machen. Aber dass der Grab über die ganze Karte geht ist glaube ich designwise nicht schlau. Ich kann mich einfach auf der Straße mit Leuten holen. Das sollte man denke ich nicht machen. Grab über die ganze Karte. Kann ich hier reißen? Ja. Gut. ich kann den auch nicht das Ding ist halt er ist der gleiche Typ wie der andere vor uns der auch unbesiegbar war. Das Ding ist halt wir können den Speer auch nehmen aber mit dem Speer mache ich keinen Schaden. Da habe ich den falschen Stil. Also ich werde dann auch noch gepanisht. Okay. Erstmal einen Biler mit gut. Nein, keine Pfeile Parrain. Dann springen wir den, glaube ich, an. Ups, Alter, nicht die Schande. Ja, also war es auf jeden Fall nicht ehrenhaft. Aber ich habe jetzt instant ein ganzes Level gekriegt. Das war jetzt instant ein ganzes Level. Und ich habe einen neuen Speer. Ich habe einen neuen Speer. Also mit einem Speer kann ich besser fighten. Das Problem ist halt, mit einem Speer habe ich keine Auswahl. Ich habe keine Move-Set-Auswahl. Vielleicht spielt das auch nicht so eine große Rolle. So, aber wir dürfen jetzt wieder leveln, actually. Da ist eine Kiste, da ist eine Kiste. Stop, stop, stop. Wie immer hat er eine Kiste bewacht. Und wie immer verpasse ich sie. Wo ist sie? Hier? Seht ihr sie? Können wir da auf dem Dach sein oder so, oder? Das ist doch wieder so eine Sneaky-Kiste. Okay, das ist... Also da muss ich noch lernen, wie ich vom Kleider besser runterkomme. Auf Kommando. Die ist doch 100 pro auf dem Dach. Wie komme ich da hin? So. Er wird groß geschrieben. It is... What is this? Dach. Ist hier eine Kiste? Ist die hier unten? Da ist die Kiste. Das soll die Kiste sein, oder? Komm, die ist riesig. Die ist average. Das ist ein Backtrack. Und dann machen wir den hier. Oha, geschenktes Udachi. Oh my God. Ja, das hätte ich nicht... Also... Aber ich habe hier keinen Kampfstil damit. Ich habe hier keine verschiedenen Kampfstile. Gut, also das Ding ist doppelt so stark wie die anderen Sachen. Good luck with that. Würde ich sagen. So. Hier haben wir nichts besseres. Aber wir haben jetzt unvergleichlicher Meister. Unvergleichlicher Meister bekommt Stärke dazu. Aber haben wir den noch? Wir haben den mehrmals. Unvergleichlicher Meister. Wir haben nur nicht die Handschuhe dazu. Ah, da können wir die nehmen, würde ich sagen. Überragend. Also die ganzen Titel, die es hier gibt. Die sind schon sehr wild. Aber wir haben drei Teile. Also auf jeden Fall heftiger Ansturm machen wir jetzt auch verbessert. Aber ich weiß nicht, was heftiger Ansturm macht. Um ehrlich zu sein. Das heißt, das müssten wir bei der Waffe... ...nochmal gucken. Ey! Kleine Bimsbums. Hallo! Hi! Na? Wie geht's dir? Wie geht's der kleinen Plumse? Willst du gucken? Willst du ein bisschen gucken? Komm mal her. Willst du ein Pferd sehen? Können wir machen. Guck mal, jetzt habe ich wieder eins. So. Das Pferd ist aber sehr albern, Malou. Guck mal her, du hübsche Maus. So. Das Pferd ist sehr albern. Das macht nur Quatsch. Guck mal, Malou. Ich kann das Pferd rufen. Ich kann quasi pfeifen. Und dann kommt das Pferd. Pass auf. Jetzt nervös. Da. Und das macht die Fenster kaputt. Pass auf. Ich stelle mich jetzt hier hin. Und jetzt hole ich das Pferd. Und jetzt macht das Ding den ganzen Laden kaputt. Hopp. Hopp, hopp. Ja, es kann nur einmal hopp machen. Das Pferd kann nur einmal hopp machen. Hopp, hopp, hopp. Pferd, hopp. Das Pferd macht hopp. Genau. So, und hier haben wir einen Fluss. Wasser. Fluss. Ein Fluss. Genau. Und da kann ich das Pferd auch rufen. Guck. Ja, ich rufe das. Genau. Guck mal, es ist gekommen. Jetzt haben wir hier ein Pferd. Da. 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 Oh. Guck mal. Ich habe hier Eisen, Malone. Das kann ich sammeln. Das ist Eisen. Oh. So. Das ist immer ein Pferd. Pferd. Da holen wir lieber das Pferd. Nio. 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 Pferd. Nein. Das Pferd sagt nein. Wieso sagt das Pferd nein? Nein. Genau. So, und hier kann man sammeln. Wieder Eisen. Guck mal. im Schwefel. Ja. Guck. Gesammelt. Sag mal Schwefel. Schwefel. Prima. Prima. Prima gesagt. Da ist nochmal Eisen. Eisenpferd. Eisenpferd. Oh, das wäre cool. Ein Eisenpferd wäre irgendwie cool. Guck mal, ich habe hier einen Greifhaken, Malu. Greifhafen. Ein Greifhafen. Ein Greifhaken. Guck mal, ich kann sogar schwimmen. Wollen wir mal schwimmen? Platsch. Platsch mache ich. Genau. Jetzt kann ich tauchen. Jetzt kann ich tauchen. Platsch. Platsch mache ich. Genau. Sag, können wir mal probieren. Malu, sag mal Mods loben. Kriege ich in die Richtung. Ist ja auch schwer, so etwas zu sagen. Soll ich ja nicht lügen. Nein, meine Mods sind natürlich fantastisch. Fantastisch. Malu, sie sind fantastisch. Fantisch. Genau. Fantisch. Jetzt tauchen wir nochmal. Wir können nicht mehr unendlich rausschwimmen, weil wir helfen, die sich fragen. Platsch. Da gibt es dann irgendwann eine Strömung. Die Strömung rutscht anscheinend ein. Hatschi. Hatschi. Wer hat Hatschi gemacht? Machst du manchmal Hatschi? Dann musst du so machen. Hatschi. Hatschi. Genau. Mit Brötchen im Mund ist das natürlich noch ein bisschen schwieriger. Mit Brötchen im Mund ist das noch ein bisschen schwieriger. Jetzt ist er aber... So. Das ist die Großeltern sehen. So. Du wackelst am Green Screen. Malu, das ist ein Green Screen. Mit dem du da wackelst. Das ist eine kleine Wackelmaus. Oh, jetzt wird er noch schwarz stark. Ein Gegner? Der Angelgemer. Hau mal um. So. Und hoch. Genau. Also irgendwelchen krassen Combat kann ich dir natürlich nicht zeigen, wenn Malu da ist. Ich habe hier auch noch nicht alles gefunden. Wobei, bei der Insel war ich schon. Hier war auch ein Schrein. Aber irgendwie hat er den Schrein nicht... Hätte er nicht angenommen. So. Sehr stark war Gegner anwesend. Den machen wir aber nicht. Wir machen mal ein bisschen Story weiter, würde ich sagen. Gucken uns das so ein bisschen näher an. Und dann werde ich die jetzt, glaube ich, komplett durchrasieren. Wenn das jetzt... In dem normalen Tempo weitergeht. Ich wirke auf jeden Fall verdächtig. Okay. Das kann ich noch nicht. Redekunst, Lügen. Patrouillieren woanders. Okay. Also die Situation habe ich hervorragend gelöst. So. Guckt mal. Hier gibt es einen Fotografer. Also das ist jetzt 1858 oder so, Leute. Oder noch später. Das ist das offizielle Jahr, was wir hier in diesem Game schreiben. Was sehr gestört ist. Das heißt, es gibt technisch gesehen Leute, die eine Atombombe mitbekommen. Aber auch gleichzeitig noch ein Samurai sind. Also das ist irgendwie total weird. Ich danke dir. Diese Holzköpfe. Die alten Kameras für eine Art Waffe. Ich würde sie dir gerne vorführen. Aber leider ist sie nun kaputt. Das gesprochen ist wirklich furchtbar. Ja, das ist aber... Darauf will ich auch keinen Wert. Wie läuft die Gashichi? Funktioniert sich mal. Was ist denn in das? Ohne die Skizze kann ich sie nicht reparieren. Verflucht seien diese elenden Diebe. Noll. Ist das wahr? Hört sich nicht gut an. Die haben ja keine Ahnung, wie wertvoll ihr Diebesgut ist. Aber ich kann wohl kaum bei denen aufkreuzen und es zurückfordern. Moment mal. Das ist doch mein Gleiterprototyp. Sag bloß, den hast du den Dieben abgeknöpft. Unglaublich. Okay, jetzt ist es wirklich wild so krass. Ob das klappt? Ich weiß nicht, aber möglich wäre es. Mir schwebt der ultimative Plan vor. Wie kommen denn die schönen Beziehungen vor? Wenn du mir hilfst, schenke ich dir eine Kamera. Na, wie klingt das? So, ich bin dabei. Eine klare und vernünftige Antwort. In dir steckt eine Erfinderseele. Die Diebe haben eine Basis in den Ruinen der Burg Maita. Doch wir müssen vorsichtig sein. Ach, ich hab mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Igashichi Izuka. Daheim in Hitachi werde ich von allen Igashichi der Tüftler genannt. Ein Tüftler. Also dann. Oh je. Ich fürchte. Okay. Ja, wir gehen natürlich von einer Quest zur anderen. Na, auch das ist natürlich völlig verständlich. Oh my God. Wo zur Hölle ist das? Tschüss Malou. Das ist ja ein Kilometer weit weg. Das ist ja ein fucking Kilometer weit weg. So, dann machen wir erstmal hier die öffentliche Ordnung wieder gerade. Das ist krass. Alter. Aber es ist halt sehr viel los. Also es ist wirklich... Ich hätte nicht gedacht, dass sich das so füllt. Bei Nioh hat man ja quasi Missionen gehabt. Und hat immer wieder die gleichen Welten betreten. Nur aus anderen Winkeln. Mit anderen Straßensperrungen. So würde ich es einfach mal sagen. Und die sehen unfreundlich aus, ne? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier so mache. Ich hätte gedacht, dass ich diese Fähigkeiten gelernt habe. Aua. So, wir machen mal den. Okay, die haben alle coole Hulls. Aua. Lol. Achso, ne? Zweimal Parry. Ja, die kann man parieren. Die sahen... Das waren irgendwie halbwegs noch normale Gegner. Vor uns hatte ich halt übertrieben starker. Ich habe, glaube ich, einen wirklich komplett overleveled getötet. Deshalb natürlich auch diese Waffe. Und das ist nicht so eine mega... ...super Axt, die vor uns... ...dome Damage macht. Ah, guck mal. Die muss sich alle befreien. Ich weiß nicht, ob alle jetzt wach sind. Probably. Oh, der... Was macht der denn? Ich habe gesagt, oh. Der Angriff ist so delayed. Die Delateness der Angriff ist wirklich nicht. Das ist das Schwerste an dem Spiel. Oh, oh. Guck mal, das ist halt... Sein Ultimative war... ...dein letzter Angriff. Kommt halt einen Niemann später. Aber ich habe einen Ochsenschwanz-Säbel bekommen. Und die Flüchtlinge besiegt. Und die Waffe war... ...übel schwach. Also da wäre, dass wir eine so viel bessere Waffe haben. Sind wir ganz schön am Strugglen. So. Oh mein Gott. So. Die sind auch schwer zu machen. Doppel Katar natürlich. Weil die haben auch einen rubrierten Angriff. Und die haben eine rubrierte Akku. Oh, lol. Der hat einfach angezündet. So. Der hat auch keine Waffe. Der kämpft mit Bare Hands. Dann Parry this. Spannig. Die KI ist auch wie bei Hardware-Bilder. Die hat auf jeden Fall... ...ein brutales und technisches Problem. Und das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. bin ich ganz ehrlich greifen so schnell an wenn der da oben wird kein problem sein ja das okay das werde ich jetzt häufiger machen dass man das ja mit dem sprung sich ranziehen kann ist ja ultra so das coole ist wenn man so ein gebiet befreit von den kollidionen dann bekommt man tatsächlich also nicht nur gut sondern man kriegt hier man kriegt hier so extra sachen zum erkunden das bedeutet du musst dann kannst du natürlich auch so finden es könnte auch sein das ist einfach dass du einfach rennen darüber stolperst oder die gegen der kunde ist aber das klären bringt quasi nicht nur erfahrung und gut und so weiter und tatsächlich noch mehr hier muss ich von oben rein richtig da oben ganz kurz gesehen aber so ein bisschen zu kurz müssen wahrscheinlich erst hier genau hier hoch dann da dann hier ein offenes fenster oder so wait wo ist die öffnung da war eine katze die katze auf der karte muss man auch noch holen katzen sind hier sehr nützlich actually weil die geben eine währung in dem game die quasi das andere als gold darstellt dass man auch nicht so richtig fahren kann ich kann jetzt hier scheiße einsammeln und die scheiße verkaufen aber dann habe ich halt quasi normales gold aber normales gold ist einfach sehr bad zuverlässiger anführer aber ist natürlich sechs mal schlechter als das ding hier so dann haben wir hier auch nicht wirklich was neues also ich würde gerne schon das set gut spielen und vergleichlicher meister klingt auf jeden fall sehr nach mir aber ich habe noch nicht die handschuhe und vergleichlicher meister ja wir müssen dann später natürlich auch sehr sehr viel verkaufen hat sie größer hunde ich glaube hunde sind auch mit ohne sprung ziehst du vom dach und kannst direkt mit landen ja das hat irgendwie nicht geklappt das dachte ich auch aber hat er nicht gemacht der brühe dieser folge ich einen anderen tag verübt hast oder sind die knallkauern erhöht den kai schaden den du deiner umgebung zufügst das klingt ja auch geil die leute bricht es ja wenn ich jemanden critter in der nähe dann kriegen die wie panik drumrum also panik spielt hier generell eine große rolle so den schreien muss ich noch kurz suchen das finde ich einfach eine coole mechanik weil es auch irgendwie keiner realistisch ist dass wenn jemand vor dir gerade übelst heftig aufgeschlitzt wurde dass du dann halt so ein bisschen nervös wirst so nächster schreien den beten wir auch an da kriegen wir mal stats oder nicht stats stats ist das falsche ausdrücke wir kriegen fertigkeitspunkte aber fertigkeitspunkte bringen halt auf dauer stats deswegen ist es ganz cool okay also hier ist die stadt wir würden jetzt die stadt verlassen wieder und dann müssen wir bis da runter dann haben wir hier eine böse bande stufe 4 okay die sind ja alle sehr schwach ich bin ja maßlos overleveled ja aber ich lege mich auch mit jeden an wir gehen mal ganz kurz zu dem banner und dann reiten wir da Richtung süden würde ich sagen und dann gucken wir uns den bums an zack noch mehr fähigkeitspunkte und dann würde ich zu dieser burg schon wollen eigentlich schon ganz geil der baum da sieht auf jeden fall sehr wild aus der rechts der die playstation 5 ist ja auch schon ein bisschen älter oh jetzt wieder schön aus der war auch oh god der war schlimmer aus der tree sah auf jeden fall absolut schlimmer aus der tree sah auf jeden fall absolut schlimmer aus doch sehr schnell das colossal halt ihr freunde so wie gesagt so wie gesagt ja haben die dinge tüten ja das ist kacke wir den kill ist das so aber wie wir die weiten greifen können also der grab geht wirklich über die ganze karte Der Grab geht wirklich über die ganze Karte. Mein Pferd denkt sich, yo. Also ein bisschen Panik legt der auch schon, wenn wir den Hut. Das war auch ein Grab. Das habe ich gar nicht gesehen. Nun habe ich bei ihm schon mal das Muster erkannt. Da ist schon wieder der Grab aus Gigenien, Alter. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. ok das war sehr teuer was okay habe ich den typen jetzt gerettet also ich kann es auch verstehen dass er gestorben gab es schon einen boss es gibt bisher so mini bosse aber im größeren noch nicht ich würde mich aber nicht wundern wenn es in der burg zu einer situation wir bleiben aber erst mal so ein bisschen auf dem weg muss sagen ich überlege ob ich computer spiele dieser art anders spiele zum beispiel ich versuche quasi mehr so realistisch mich zu verhalten als gamer würde man natürlich die ganze karte hier entlang abklappern den rand und so weiter damit man wirklich alles sieht und geheimnisse und so weiter entdeckt aber so würde man sich ja nie verhalten na du würdest ja auf dem weg bleiben würde es natürlich auch nicht gegen 100 leute gleichzeitig kämpfen aber man würde erstmal grundsätzlich ich halbwegs ordentlich bin ich da ist ein bonfire da gehen wir hin so gegen den sind wir ein bisschen schwächer aber wir haben keinen anderen kampfstil gerade der war auf jeden fall schon mal einen one-shot da oben sitzt der an 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 Aber der feilt noch nicht. Okay, das sieht irgendwie cool aus. So, hier sind wir levelwise wieder eigentlich oben drüber. Den könnte ich jetzt heimisch rausziehen. Ich dachte, das wäre nix. Hab sie gut geschmissen. Okay. Okay. Wir können den Typen da oben erschießen. Yo. Das war gut. Okay, noch ein einziger Gegner und das ist der würdige Gegner. Also das ist so der Anführer hier. Der sitzt dort und chillt. Boah, das ist zu schnell. Also die anderen laufen. Oh mein Gott, das ist der Endboss. Das ist einfach nix. Und manchmal bin ich einfach auch gelähmt. Ja, halt übel. Ja, geh mal weg. Also das geht mir ja übel auf den Sack. Gut, ihr merkt, er ist sehr stark. Du musst hier sehr viele Gegner auswendig lernen. Du musst hier alle auswendig können. Also jede Waffe hat sein eigenes Moveset. Stagern, also Stagern geht durch Parryen halt ultra gut. Stagern geht durch Parryen extrem gut. Aber dann haben die quasi so eine rote HP-Leiste. Die so rot umrahmt ist, dann sind die verängstigt. Und da kannst du so deine Free-Hits, sag ich mal, reinmachen. Aber man muss schon die Neo-Mechanik tatsächlich durchbringen. Also du musst auch dein Schwert, ich meine, hier ist es so gemacht, es wird immer blutiger. Und du befreist das quasi vom Blut. Aber der Bonus-Effekt ist halt bisher nur ein bisschen Chi. Was nicht schlecht ist, weil es deine Ausdauer ist. Boah, das ist doch nicht so überragend, wie ich mir erhofft habe eigentlich. Da ist wieder ein Gegner, den können wir markieren. Und das weiß ich auch noch nicht. Das schauen wir uns auch an. Die Ausrüstfrequenz schießt hier wieder ordentlich nach oben. Das muss ich auch sagen. Die pure Ausrüst... Ach guck mal, wir haben jetzt einen neuen Stil. Der pure Angriffskraft und direktes Zustürmen belohnt. Aha. Das ist gut. Also, dass wir das bekommen haben, ist geil, weil da kann ich endlich umstellen und mich entsprechenden Gegnern anpassen. Das konnte ich jetzt vorher nicht. Und vergleichlicher Meister haben wir hier nochmal in schlecht. Nehmen wir natürlich nicht. Aber vielleicht... Ja. Also, wir müssen auf jeden Fall die Setboni einhalten. Das wäre schon geil. Das wäre schon sehr, sehr cool. Ja, das fasse ich durch. So, hier spammen wir. Das sieht auch weird aus, ja. Oh, hier ist jemand einfach nur tot. Amerikanisches Gewehr. Okay, das ist traurig. Da gehen wir weg. So, der andere Helm ist besser. Ja, aber das ist ein Setbonus-Helm. Da kriege ich nochmal extra Stats. Also, das hat, finde ich, Neo ganz cool gemacht. Und hier natürlich auch direkt übernommen. Das ist ein Bösewichter. Das ist irgendein Typ. Dieser Dreckskerl hat eine... Hey! Siehst aus, als könntest du austeilen. Wenn du jemanden für mich verprügelst, lass ich was springen. Hast du in... Erzähl mir mehr. Da ist so ein miese Halunke, der mich umgeht. Ich sah ihn auf dem Brachland. Na los, erteil ihm eine Lektion. Na schön. Na schön. Sehr gut. Okay, ist das was Gutes oder was Schlechtes? Söhne startet Bösebande. Probieren wir mal. Die Frage ist halt, ist das wieder so ein einzelner Typ? Oder nicht? Setbonus ist das Einzelne, was man sagt, uns gefehlt hat. Ja, finde ich auch. Also, man hat dann natürlich sehr wenige Items gehabt, die was konnten. Und dann hat man sich dann auch doppelt gefreut, hast du das Gefühl? Der saß tot, ne? Oh, der hätte ja ganz schön viele getötet. Ach, du! Was zum Teufel machst du denn hier? Den hab ich verschont! Oh, das ist cool! Das war der Dieb, äh, der Anführer vom Banditenlager, den ich verschont habe. Das ist natürlich geil, dass das anscheinend wirklich eine Konsequenz hat. Nein, du verstehst das falsch! Ich hab nichts getan! Ich bin unschuldig, glaub mir! Verschon mich einfach noch einmal! Du hast mich doch damals nicht ohne Grund leben lassen! Also, wie wär's, wenn wir beide uns verbinden? Ich verspreche dir, du wirst das nicht bereuen! Die spielen nämlich gegenseitig auf. Na gut! Ha! 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 Wunderbar! Schließlich sind wir ja mittlerweile schon alte Freunde! Na dann, gehen wir's an! Das ist richtig witzig! So, besiege die verdächtig aussehenden Männer, oder? Was ist denn los? Wer hat er wirklich so eine kleine Redemption-Arc? Wär ja geil! Was versuchst du da? Dafür was du düst! Okay, erst wegen den Süßigkeiten! So! Okay, erst wegen den Süßigkeiten! So! 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 Wen sind wir nicht gut? Wir können den Süßigkeiten ändern, und dann sind wir wenigstens ein Mittelweg hier. Okay, also das wird ein bisschen cooler gemacht. Bei Nioh war es quasi eher so, dass man gewisse Spells haben wollte. Und deswegen nicht anders machen. So! So! Das war schon ganz geil! Oh! Hier fehlt einer! Da! Ja! Ich denke gegen den sind wir wieder Kacke! Und bleiben auch Kacke! Na gut! Oh, wir können ihn sneaken! So! Cool! Vielleicht wird der Mann auch noch ein Held. Das ist cool. Den haben wir jetzt als Playable-Character. Das ist krass. Wie ist der Schwierigkeitsgrad? Also der ist schon davon abhängig. Also du kannst drei Schwierigkeitsgrade erstmal grundsätzlich einschalten. Guck mal, ich habe tatsächlich einen neuen Kampfstil von denen bekommen. Das ist übel gut. Das ist sehr, sehr gut. Genau, also man kann irgendwie drei... Wir spielen ja auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad aktuell. Und man kann hier verschiedene erstmal grundsätzlich einstellen. Aber das erhöht glaube ich einfach nur die Stats der Gegner. Also es wird sich glaube ich nicht viel am Spielstil ändern. Und dann hast du eine Mischung aus allen Welten, die du gerade aufgezählt hast. Okay. Also es ist das Game Design grundsätzlich erstmal von Nio. Ich würde sagen, 60 bis 70 Prozent ist es Nio. Du hast die Item Mechanics. Du hast das Move-In. Das ist auch dem sehr, sehr ähnlich. Gott sei Dank ist es aber Deutschen auf Kreis, nicht auf X. Und das ist schon mal etwas sehr, sehr Gutes. Und dann hast du quasi die gesamte Steuerung. Du hast verschiedene Stile. Das haben sie jetzt aber auch nicht besser gemacht. Als vorher. Du hast diese Pistolen und Gewehre und so weiter, die auch bei Nio extrem viel Schaden machen. Aber sehr, sehr klanky einzusetzen sind. Also wirklich so, die sind so ausdünnen von Gegner Horden aus entsprechend sicherer Distanz. So. Dann gab es aber bei Nio quasi kein Parry. Ganz blocken Angriffe. Und das war manchmal auch ganz cool. Aber da geht es eher Richtung Wolong. Was ja auch von den Nio-Machern ist. Und Wolong hat sehr großen Fokus auf Parrieren gelegt. Also einen zu großen. Da war eine Katze. Habe ich eine Katze überwählen? Also, ich kann nochmal zurück. Erstmal schnappen wir uns kurz den hier. Parry. Eigentlich geht es halt nicht. Hier gab es Waffenspitzen mit den Parries. Ich habe nicht einmal glaube ich einen Parry gelegt. Aber hier ist es super krass. Okay. Jetzt habe ich einen Parry verkackt. Aber da hier der Parry auch krank ist. So, jetzt würden wir den hier oben nehmen. Und dann machen wir hier weiter. Da unten ist einer. Da hinten ist einer. Ich weiß nicht, ob ich den da unten etwas machen kann. Das ist glaube ich ein Gefangener. Machen wir lieber nicht. Ah, den kann ich befreien. Da würde der mit mir kämpfen. Da ist ein Wolf. Da ist ein Gegner. Das ist der Ehrwürdige. Ja, also bei der Waffe muss ich das machen. Alter. Wie schnell ich bin. Der Move ist ja wohl okay. Die KI ist natürlich völlig verloren. Die KI kommt mit der Open World nicht klar. By the way. Also das sehen wir. Das merkt man sehr einfach. So, gegen den machen wir jetzt auch Bonus Schaden. So ein bisschen besser. Ja. Oh mein, dieser Angriff ist so delayed. Das ist doch ein Grab. Das hat sich in jeden Fall die Niere gemacht. Okay. Wenn ich einmal nicht mehr zu verlieren, dann könnt ihr mich staggern. Ja, es ist auf jeden Fall schwerer das Parlieren, weil wir haben halt eine sehr hohe Stagger-Gefahr. Ja. Alter, das ist aber ein geiler Angriff. Das ist ein geiler Thrust. Aber der hier. Ja. Das hat den auf jeden Fall überfordert. Gut, einer ist hier noch irgendwo. Wir befreien mal den Homie. Genau, seht ihr das? Und die Namen umherziehen. Ich glaube, das sind andere Spieler. Und der letzte Gegner da. Oh, das ist ein Flüchtling. Der ist ein Flüchtling kräftig. Wir gucken mal, ob wir einen anderen mit Stil fahren können. Ja, den. Es ist jetzt noch mal den Stil wechseln. Haben jetzt aber auch andere Sperls. LOL. Das ist der Sperl von dem Gonzo. Alter, das Targeting ist perfekt. Das ist ja übelgut. Den mag ich. Das ist ein kompletter Leeroy. Er bleibt auch so. Der ist sehr geil. Der ist sehr geil. Okay, ich werde hier alle verschonen, Leute. Der ist sehr brutal. Und ich glaube, das war ein Spieler. Das ist glaube ich das. Was darf es sein? Was darf es sein? So. Wir stellen mal ein paar Sachen her auf jeden Fall. Oh, der kann alles entfernen. Kann ich noch was für dich tun? Cool. So. Das würde ich auch ein paar Mal noch machen wollen. Natürlich. Und dann ist glaube ich Anti-Lähmung wichtig. Also bei Nioh war das sehr wichtig. Anti-Lähmung. Komm jederzeit wieder. Ja, mache ich. Ja, jetzt haben wir das auch befreit. Seht ihr? Und jetzt habe ich quasi extra was bekommen. Schusswaffentraining. Schmied. Rabatt bei Bindungsbonus. Aber haben wir noch nicht so viel. Okay. Ja, wir gehen nochmal zur Katze. Weil das macht die Alexos glücklich. Und ich habe hier die Kiste auch verpasst. Weil ich jetzt einfach übel scheiße bin in den Kisten. Was ist denn ich die Kiste? So, wieso trinkst du aus einem so kleinen Kaffeebächer? Hast du ein bisschen Milenia gemacht? Aus einem so kleinen Kaffeebächer. Tatsächlich habe ich natürlich auch monströse Kannen. Aber die ist gerade unten. Heute Morgen habe ich quasi, die sind ja sehr früh wach. Also 6.20 Uhr. Das ist ja so die Standardaufstehzeit für Schule und so weiter. Und bei den Kindern ist jetzt natürlich Ausschlaf angesagt. Aber die kleine, die hat natürlich auch einen gewissen Rhythmus. Die ist sehr sehr früh wach. Weshalb ich heute quasi mit einer normalen Tasse Tee bin oder andere. Also nicht Tee. Nein, aber in einer normalen Kaffee. Hier ist irgendwo eine Katze, Leute. Nee, eine Schatztroh ist hier. Will ich da rein? Oh, warte mal. Das sieht so aus, ne? Das hatte ich noch nicht gehabt. Dass ich da so eine... Dass die Kisten explodieren, weiß ich. Die Schicklichkeit. Okay, das ist geil. Oh, wow. So, wir können hier Sachen so benutzen. Ich kann das selber nicht benutzen. Ich kann das jemandem schenken. Das ist ja ass. Ich will selbst meine Geschicklichkeit erhöhen. Das ist doch... Das ist doch... Das ist leider sehr durcheinander. Würdest du das Game empfehlen für jemanden, der RPGs mag? Der ist nicht der größte Souls-Fan. Dann nicht. Also hier wird eine viel emotionalere und komplexere Geschichte erzählt als bei Neo. Also hier wollen dich wirklich Leute zulabern und es ist auch... Also RPG-Charakter mit drin, weil du kannst Entscheidungen treffen und Gespräche manipulieren. Und das konntest du bei Neo nicht. Bei Neo prügelt es nicht einfach noch und guckst dir die schönen Cutscenes an. Und das war's. Und deswegen ist der... Der Soul-Focus ist schon sehr, sehr hart. Also du musst dieses... Diesen Spielstil auch mögen. Also wir hätten jetzt vor uns zu starke Gegner gehabt. Was okay ist, weil Open World kannst du dich später für die entscheiden. Aber es sieht halt einfach nicht schön aus. Guck mal. Du hast hier die Karte. Und das sieht einfach albern aus, wenn hier so ein riesenroter Punkt ist. Dann gehst du hin und der... Der geht jetzt. Vor uns war er rot. Der ist Level 13. Und der... Hat so seine Vor- und Nachteile. Wir können den jetzt machen. Es wäre ein frustrierender Kampf. Und... Dankeschön. Es wäre ein frustrierender Kampf. Aber dafür würden wir halt eine Waffe kriegen, die haushoch overleveled ist. Also ihr seht ja, dass alles so Richtung 120, 130 geht. Und jetzt haben wir eine 170er Waffe. Hey, kleine Mausi. Hi. Na? Wie geht's dir? Du siehst lustig aus. Alles gut? Hast du gerade was gegessen oder so? Hi. Hallo. So, was möchtest du? Ah, da ist eine Katze. Malu, schau. Da. Da ist eine kleine Katze. Eine Katze. Eine Katze. Guck mal, was ich mit der machen kann. Ich kann die angucken. Jetzt ist die ganz groß, die Katze. Jetzt können wir die streicheln. Guck. Jetzt haben wir Geld bekommen für die Katze. Geldkatze. Die Geldkatze. Die Geldkatze. Die Geldkatze. Eine Geldkatze. Das wünschen wir uns doch alle. Guck mal hin. Pferdchen. So. Weißt du, was wir jetzt machen, Malu? Wir nehmen jetzt nicht das Pferd. Wir fliegen jetzt. Wir sind jetzt ein Vogel. Wiii. Oh. Da ist Bambus. Pferdchen. Wo ist das Pferd? Na gut. Wo ist das Pferd? Na gut. Da ist es. Ja, ist unser Pferd. Ist gut, ne? Und jetzt machen wir das Bonfire an. Bon. Haha. Ein Bonfire, Malu. Und was ist das? Guck mal, wer hier ist. Wir können hier Schussübungen machen. Wenn du beim Schießen versagst, kannst du eine Pistole genauso gut auch als Hammer benutzen. Pferd. Wie wäre es mit etwas Übung für dich? Okay. Ich möchte üben. Sehr gut. Dann zeig mal, was du kannst. Dein Kopf ist sowieso breit. Erziele Punkte, indem du so viele Ziele wie möglich innerhalb der vorgebenden Zeit... Pferd. Okay. Katze, Pferd, möchtest du sehen, ne? Pferd. Pferd. Du willst das Pferd sehen, ne? Oh, guck mal, wie viele Punkte ich hier holen kann. Ja, das schauen wir uns gleich an. Würde ich sagen. Aber erstmal will Malu die Katze und das Pferd sehen. Guck mal, da ist das Pferd, Malu. Da ist das Pferd. Das kann auch Hopp machen. Das ist cool, ne? Das Pferd nochmal Hopp. Hopp. Da können wir noch eine Katze suchen, Leute. Hier ist noch eine Katze. wir suchen die katze okay wir suchen jetzt die katze irgendwo da hinten ist eine katze da sieben meter da ist keine katze die ist hier drinnen die katze eine mieze katze eine mieze katze eine hübsche mieze katze ich kann ja nicht runter malu ich weiß nicht warum das game das macht ist das bei euch auch so oder ist das so ein story-element ich kann da leider nicht runter aber ich höre die katze ich will die katze holen ja aber die ist da drinnen die können wir nicht holen oh mann oh mann oh mann oh mann oh mann jetzt haben wir hier keine katze malu jetzt haben wir hier keine katze was machen wir da willst du zu mama du willst hier die katze sehen wie machen wir das jetzt wie machen wir das jetzt mit der katze ja macht die katze ja das stimmt die katze ist im erdgeschoss sicher oder könnte ich noch mal gucken wenn sie im erdgeschoss ist ja das geld aber wenn du schwindelst wann so wir suchen noch mal die katze malu hier unten geht es auch noch lang ja da gab es schon mal oh ich höre sie links vom eingang also hier steht drei meter drei meter da rein ich würde es auf dem radar malu da oh die ist schnell das war eine schnelle katze müssen wir noch mal holen müssen wir noch mal resetten wir müssen noch mal malu resetten sag mal resetten genau so ganz langsam sein da ist die katze da siehst du sie das ist eine besondere katze die gibt mehr und schnell streicheln da und weg der hat uns plus 5 gegeben prima malu prima prima so und jetzt richtig um und weißt ja ja Nein! Du bist aber verkehrt rum jetzt. Was machst du jetzt? Jetzt bist du verkehrt rum. Hallo! Und Plumps! Du wirst weiter gucken, ne? Na gut. Eine Minute noch. Dann ist aber Schluss. Oh, jetzt ist immer der Xbox-Controller. Eine Minute noch. So, fliegen. Das Pferd sehen. Aua. Da ist das Pferd. Da ist das Pferd. Aber da sind auch böse Menschen. Die darf ich jetzt nicht angucken. Das ist noch zu brutal für dich, Manu. Oh, wir holen jetzt das Pferd. Der haut alle um. Ja, nein. So. Das Pferd. Hopp, 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 hopp. Hopp, hopp, hopp. Guck mal, ich umher ziehe eine Schwertkammer. Da ist irgendwo eine Fahne. Oh, da braucht jemand Hilfe. Malu, ich muss da helfen. Kann nicht anders. So, wir sagen jetzt Tschüss Pferd. Tschüss Pferd. Tschüss Pferd. Tschüss. Und jetzt suchen wir die Mama. Wo ist die Mama? Wo ist die Mama? Wo ist die Mama? Du magst das Pferd noch. Na gut. Und hopp, ja. Wutanfall. Wutanfall. Wutanfall aktivieren. So. Manu will noch Pferde sehen. Total tiersüchtig. Wir müssen immer noch irgendwelche teuren Tierparks fahren. Aber erstmal helfen wir dem hier. Was willst du? Da hinten wütet ein Mörder. Vielen Dank. Hier entlang. Okay. Das hat ja ganz schön lange gedauert. So, das ist natürlich kein optimales Spiel. Oh, lol. Wir hatten hier. Wir gucken mal, ob wir das schaffen. Ich weiß nicht, ob das eine zu schwere Quest ist. Alter, der hat dagegen getreten. Okay. Nehmt ihm alles ab. Er ist der Arsch. Wie fies. Die haben uns einfach abgezogen. Wie gemein. So, gegen den sind wir nicht gut. Hier haut unser Kampfstil nicht hin. Wir testen nochmal die anderen Stile. Der hier ist gut. Da können wir wieder den Leeroy machen. Oh ne, das war nicht der Leeroy. Alter. Also damit ist er auch hart überfordert. Das ist ein cooler Move, eigentlich. Das geht eh mal in der Koffer. Das geht eh mal in der Koffer. Zack. Okay. Also der hat uns verarscht. Habe ich eine Katze gehört? Wir haben eine Katze gehört. Da. Im Gras. Da werden wir noch schöne Kimonos tragen. Tatsächlich gibt es hier auch schöne Kimonos. Aber man muss sich halt auch sehr viel prügeln in dem Spiel. Aber der hat uns einfach verarscht. Finde ich realistisch. So, jetzt können wir die Typen hier auch noch machen. Hier ist ja auch noch ein befreibarer Ort. Woher fühlen wir den nicht? Wait. Boom. Noch mehr Katzen entdeckt. Oh, 100%. Wir haben hier alles eingesammelt. Aber den Schmied? Ah, guck mal. Der Schmied gehört zu diesem Gebiet. Oh, das werden wir uns gleich angucken. Weil der Bindungsbonus sagt darüber aus, ob wir die Rabatte sind und so weiter. Das ist eigentlich geil. Der Spulver. Der Spulver finde ich weird. Das ist irgendwie sinnloses von allen. Weil du kannst einfach rollen und dann verlierst du Feuer. Also dann baut sich Feuer ganz schnell ab. Okay, wir gehen mal zu dem Schmied und porten aber zu unserem Langhaus. Da können wir übrigens die Zeit umstellen. Jetzt habe ich da auch erst gelernt. Aber mir wurde das glaube ich schon vorher so ein bisschen mitgeteilt. So, da ist wieder so ein... Ich habe was du brauchst. So ein ekliger. Versprochen. Der ist aber scheiße dabei. Okay, so einen schlechten Typen habe ich noch nicht gesehen. Keine Eile. Lass dir Zeit. Die Technik setzt erlernen seine Fähigkeiten zurück. Er möchte... Ah, geil. Okay, okay. Bringe diesen Gegenstand zu einem Schmied um eine... Bindungsübertragung durch... Was ist das? Wir kaufen das mal. Ja, das klingt irgendwie pervers, wie du es sagst. So. Damit die Option Bindungsübertragung ist wieder... Bindungen zu übertragen. Erlaubt es dir, besondere Effekte von einem Ausrüstungsteil zu einem anderen zu transferieren, solange das Zielobjekt einen freien Slot hat. Bindungsübertragung benötigen Bindungsübertragung. Okay. Hier ist die Frage... Kann ich damit... Trades übernehmen, die Setboni beinhalten? Weil das wäre geil. Aber ich glaube nicht, dass es geht. Aber das wäre richtig cool. Also wenn wir quasi sagen könnten, wir nehmen... Unvergleichlicher Meister zum Beispiel. Wir machen halt hier... Wir machen von der einen Sache... Keine Ahnung. Unvergleichlicher Meister nochmal? Ja, wir nehmen das von hier... Und übertragen das auf die Handschuhe zum Beispiel. Es dürfte nicht gehen, aber... Es wäre sick, wenn wir das machen würden. Willkommen! Ein Segen, dich zum Kunden zu haben. Oha, guck mal. War nicht so schlecht. Das Ding kostet eine Milliarde. Kannst mir nicht leisten, Leute. Kannst mir nicht leisten. Aber der Bogen sieht echt nicht schlecht aus. So. Diverses kaufen. Du kannst hier... Okay. Wir haben es noch verbessern. Dankeschön. Vier Jahre mittlerweile. So. Die Steigerung ist gar nicht so gut. Aber was sollen wir machen? Wodach suchst du? Also Übertragungsgänge. Wir testen das jetzt. So. Was war das? Wir testen... Das? Ah, Setboni könnte ich übertragen werden. Okay. Gut. Okay. Das ist ja crazy gewesen, wenn das gehen würde. Aber geht nicht. Ansonsten haben wir hier nichts Überragendes noch. Wir müssten quasi schauen... Guck mal, Angriff, Blitzangriff. Ich weiß gar nicht, was Blitzangriff ist. Ich habe Jesus vertraut. Der hier zum Beispiel. Was ist Blitzangriff, Leute? Er erhöht den Schaden mit einem Blitzangriff. Er erhöht den Schaden von Kampfes Fertigkeiten, ja. Häftiger Sturm. Das zum Beispiel finde ich geil. So, wir nehmen mal das. Wir nehmen das Ding. Oh, es kostet eine Billion. Okay, also Scheiße übertragen ist kein Problem. Aber die guten Sachen nicht. Wodach suchst du? Aber wir können jetzt zerlegen. Das ist ganz geil. Verstanden. Ja, ich glaube, zerlegen ist wertvoller. Erstmal. Ich lasse mal das Goldene noch da, wegen der Übertragung. Und zerlegen kostet, glaube ich, auch nothing. Neu geschmiedeter Säbel. Oh, wie viel Scheiße wir dabei haben. Oh, der ist besser, der Langbogen. Den müssen wir dann noch auf jeden Fall ersetzen. Das Ding ist auch besser. Scheiße, ich habe übelst viel gutes Zeug dabei. So, wir machen erst mal das. Noch etwas. So, jetzt haben wir sehr viel Material bekommen. Dann würde ich sagen, bleiben wir bei der Waffe. Boah, die Preise sind ultra hoch. Boah, das kostet so viel. Leute, das kostet 10.000. Wir haben nur 14. So, eigentlich habe ich den Run mit Nils extrem enjoyed. Dankeschön. Also, ich hoffe, sowas gibt es nochmal. Ist natürlich eine wilde Anfrage. Was wird sich deinem Körper anpassen? Weil die Problematik liegt natürlich darin, dass so etwas wie eine Gamescom LAN natürlich für uns einzigartig bisher war. So, das muss man einfach mal so sagen. Und wir testen natürlich noch an sich sehr viel. Und schauen, ob sich das wiederholt oder nicht. Also, das ist bisher schwierig für uns. Ich glaube, ich würde es gerne machen. Und deswegen habe ich ja versucht, das auch so oft wie es geht zu nutzen. Also, so oft wie es geht im Sinne von, hey, ich bin einer in einem Ort, wo andere Leute sind. Glückspilz. Null. Ich weiß wirklich gar nicht, was Glück macht. Ja. Also, ich bin schon ein großer Freund davon. So viel wie es geht mit anderen zu unternehmen. Gebe ich mit der Hoffnung, dass die Synergie auch gut klappt. Und ja. Noch etwas. So, jetzt nochmal 13.000. Also, wir haben jetzt ein bisschen Geld gemacht. Wir machen hier mal noch mehr Geld. Münzgewinnung. Ein bisschen Geld gemacht. Wir versuchen mal auf 15.000 zu kommen. Danke. So, wir versuchen mal das Schwert noch einmal zu verbessern. Irgendwie finde ich das eigentlich ganz cool. Kostet der Liebe viel, aber. Ja, die Ausrüstungsstufe ist schon mal ordentlich hoch. Bis später. Und pass auf. Ein Segen dich zu. Bis später. Und pass auf. Ja, ja, ich passe schon auf. Keine Sorge. Okay, also das war jetzt sehr teuer. Und das war mit Rabatt. Das ist schon weird. So, das schwarze Juwel. Wir gehen jetzt mal zur Hauptstory weiter runter, würde ich sagen. Ja, also ich komme nicht so oft dazu, tatsächlich was mit anderen zu machen. Einerseits ist die Streamzeit. Ah ne, das wollen wir auch noch testen haben. Einerseits ist die Streamzeit natürlich wild. Und ich komme ja nicht so oft raus. Aus Berlin. Oder Leipzig. Ah, je nachdem, wie man es gerade gesehen wird. Wo das suchst du? Ah, das ist ein ganz normaler Schmied wieder, ne? So. Das ist wieder ein normaler Schmied. Wir sehen uns. Aber der kostet uns kurz viel. Deswegen nutzen wir den mal lieber nicht. Wir klauen den natürlich. Das ist, äh, das ist bestimmt nicht klar. Okay. Dann besserer Bogen. Boom. Besseres Gewehr. Boom. Das läuft aktuell hier nur auf der Playstation. Ja, wir testen auch diesen Schießstand. Wenn du... Ich würde auf jeden Fall gerne schießen üben. Sehr gut. So, pass mal auf. Traktat der Intelligenz. Okay. Schusswaffentraining. Äh, beginnen. Auf die Blitze. Was müssen wir denn machen? Äh. Warte. Was bringt denn hier besonders viele Punkte, Leute? Okay. Ich habe auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Oh Gott. Also mit Control auf jeden Fall nicht leicht. Wie bringt das mehr, das... Also ich weiß nicht mehr, wer hier am meisten bringt. Wie man davon aus, dass die dunklen, die sehen irgendwie krasser aus. Okay. Also... Ja. Schwierig. Rang fortgeschrittener. Neuer Versuch. Okay. Also ist schon Turbo Cringe. So. Ich glaube, ich muss schon die hier treffen. Oh, was? Ich treffe beide. Das wusste ich nicht. Oh mein Gott. Ich werde mit Controller schießen. Ah, es ist okay. Es ist verboten. Schieß doch! Ne. Okay, also wir haben auf jeden Fall mehr. Aber ich glaube, wir brauchen 7.000 oder so. Also 7.000. Experte. Okay. Das war ja schon mal gut. Boom. Und noch ein importiertes Buch erhalten. Die Bücher sind dann so Geschenke meistens. Wenn du beim Schießen versagst, kannst du eine Pistole genauso gut auch als Hammer benutzen. Wenn wir die Hellen geben mehr... Wer ist mit etwas Übung für dich? Die Roten bringen 150, die anderen 450. Sicher? Sehr gut. Aber die waren ja... Rare. Warte mal. Ein nachfolgender Versuch? Verstehe ich nicht. Ach so, das ist dann einfach etwas Schlechtes. Okay, wir versuchen nochmal dieses Intelligenz-Ding da. Hölzerne Ziele, metallenes Ziel. Bonus für mehrere Ziele. Die dunklen Klappen wieder hoch. Aha. Na gut. Also schießen wir jetzt einfach auf alles. Und los. Alter. Da. Da muss ich auch die Zeit geben. So. Schade. Okay. Das heißt, ich muss zwischendurch ein paar Rote abschießen. Weil sonst habe ich ja gar nicht. Okay. Das war schwerst mehrfach irreführend. Muss ich sagen. Das war irreführend. Ein wahrer Meisterschütze. So. Jetzt haben wir hier Intelligenz. Können wir das auch nutzen? Hier. Ne. Das haben wir jetzt bekommen. Okay. Das können wir jetzt direkt nehmen. Kriegen einfach einen Intelligenz-Punkt. Und das kann man halt verschenken. Und das weiß ich nicht, wo ich das nutzen kann, Leute. Bringt eine hübsche Summe ein. Die Frage ist, es gibt zwei Münzarten. Es gibt die 64 und es gibt die 7 Milliarden hier. Die 7 Milliarden ist scheißegal. Aber die hier bringt bei einigen Händlern besondere Gegenstände. Und die will ich eigentlich haben. Guck mal, Adlerauge. Können wir jetzt machen. Und Adlerauge bringt mehr Geschicklichkeit. Pfeilrückgewinnung und Angriff mit dem Bogen. Und Helm neutralisieren. Also mit Headshot. Also es sind sehr gute Sets auf jeden Fall. Das ist cute. Aber halt auch nicht das gesamte Set, ne? Auch irgendwie fies. Dass es actually nicht das gesamte Set gibt, ist schon... ein bisschen Troll. Na gut. Kann ich alles haben. Ich habe einen Reißschlüssel auf. Das ist ein Helm. Der ist besonders gut angewinkelt. Wagenkraft hat ein neues Gebiet, ein neues Update bekommen. Schaust du dir wieder rein? Äh, ja. Stimmt. Das ist Maxim. Das ist Maxim. Dankeschön. Wenn ich hier Leute von Weitem sehe, den muss ich erstmal daran denken, sind das Gegner oder nicht? Die ganzen Gegner sind immer statisch. Es gibt auch patrouillierende Gegner, aber tatsächlich viel selber. Der, der sieht gefährlich aus. Ja. Okay. Gegen den sind wir gut. Gegen den sind wir schlecht. Dann machen wir vielleicht... So. Ach nee, der hat ein Schild, ne? Schild sind wir quasi immer schlecht. So. Ne, wir können das machen. Wo waren diese Leeroy? Alter, wie viel Schade. Okay. Wir machen mal den, den Leeroy. Also das ist der most brainded Angriff ever. Dekorativer Speer. Dafür, dass er dekorativ ist, hat er ein hohes Level. Smooth Operator. Danke sehr. Wir nehmen natürlich alle Pflanzen mit. Was ist das? Ah, das war ein Totes. So. Okay. Da ist Rauch. Oh, das ist ein Tier. Das ist ein Schwein. Wir haben ein Schwein und ein Wolf hier zusammengebracht. Interessant. Oh, oh. Oh. Oh, so schade. Da war eine Rolle. Wohin hab ich ja dritten. Äh, hab ich den Countdown gemacht. So. Oh, shit. Schaden. Alter, hör mal auf ihr. Alter. Das Schwein ist unbesiegbar. So, wir testen erstmal wieder die. Ich weiß nicht, welchen Stil ich da immer verwenden soll. Hier ist das Stil egal. Wo war nochmal der Leeroy? Da war der Leeroy. Oh, wir können den Backstab, glaub ich. Ich glaub, der bemerkt uns nicht. Leeroy. Okay, wir kassieren. Also, das Schwein ist absolut unstoppable, by the way. Das ist ja unnormal krass. Das Schwein macht halt keine Pausen. Jetzt müssen wir das Schwein töten und oder Backstab. Würdige Gegner. Also, wenn das jetzt vier Schweine hier sind, dann wird es actually hard. Kann ich in dem Spiel nicht besonders gut abwehren. So, also, wir haben den einen einmal gecrittet. Wir fremd. Der Schwein. Dann wurde das nicht gegrittet. Der Schwein. Ich hab den Kumpel nicht gegrittet. Ich hab den Kumpel nicht gegrittet. No, ich hab den Kumpel nicht gegritt. Yeah, mal sehen, was die Range ist davon. Jo. Ich hab den Kumpel nicht. Die Char... Oh my god. Stop it, please. okay das war eine abwehr tatsächlich das war ein parry von mir ziemlich guter parry wir haben es tatsächlich mit den schweinen verbündet das hat sich auf das ist ein ninja schwein das schwein ist ein ninja das ist ja brutal ist jetzt einfach alter was ich weiß nicht das schwein hatte einfach alles dabei also das ist eine heftige gegend ja ich habe nur noch wenig heil scheiße dabei müssen uns den rest erst nieten die frage ist halt hält er das hält er den headshot das ist gut so rein da ist noch ein wolf eine blumenzwiebel da ist noch so ein schwein ich habe angst vor dem schwein aber ich könnte von oben drauf springen wahrscheinlich hilf mir ich finde das verhalten aber geil das ist erstmal ins denn weg das ist auch ein besserer wolf ein bürfel im kopf die haben kopf und jetzt war wieder der schweine das hat ein legendary drop bruchstück des grabsteins von sonst dem ok das soll denn entrent sein you had one job der wiese hast du keine pors den machen wir jetzt fertig okay okay die los machen nicht mehr ja sie haben völlig los ja also die haben halt einfach eine haltung also die hohe haltung von dem zu wir haben noch zwei würdige gegner und du sollst mich nicht so anschreien wir schleichen wir schleichen wir haben hier in der nähe des bonfire und da haben wir noch einen flüchtigen und flüchtige sind tatsächlich hier einfach kleine miniboss hier ist sehr schwach er doch was in den maul zwei gegner haben oder zwei typen gehen da und den großen da der große ist ein boss glaube ich ich habe keine munition ja okay sein kopf ist zu kümmern ja nein gestoppt ja 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 wieso hilfst du mir okay das war gut das war gut das war ein bisschen meister deswegen auch die ganzen schweine leute das war legit ein bestien meister bantora 32 gern geschehen ich habe geholfen oh da ist wieder so ein keine eile lass dir Zeit geschenkter langbogen für 51 kann ich ihn holen zuverlässiger anführer also der sagt uns nicht was für boni hier drauf sind aber zuverlässiger anführer ist auf jeden Fall eine bessere rüstung die frage ist halt können wir diese route gehen keine eile lass dir Zeit warte mal was ne nur ein davon war das alles so okay zuverlässiger anführer könnten wir glaube ich fast benutzen zuverlässiger anführer wobei ne doch hier guck mal ne die set boni sind schon nützlich diesmal vergessen wir die kiste nicht darin sind wir leider auch zu gut shinobi gewandt also die waffe ist erstmal nicht besser unsere waffe ist absolut krank aber die haben wir auch gelevelt wie sau allgegenwärtiger ninja der hat geschicklichkeit und übelst viel angriffsbonus boah das ist gut allgegenwärtiger ninja hätten wir jetzt zwei drei teile oha ja wir müssen mal ganz kurz auf Toilette ihr lest euch das durch ich pulle mittlerweile ein los geht's so ihr kleinen Pisser der Idiot ist immer noch auf Toilette der ist nur äh am pullern der spinnt wo oh shit ich glaube er kommt zurück ich verschwinde wieder der oscar ist mir sicher ist mir wirklich der das ist wie so also leute konzentration es ist schwierig gesundheitsregeneration karma gewinnung es sind alles tolle sachen aber ich überlege ein übelst krasser ninja zu sein bei 15 prozent mehr angriff bei voller hp das ist ja mein leben das ist mein live liebe deine weg bei den aufnahmen kommen wir heute noch in den genuss davon genau ich habe sehr viel vor produziert tatsächlich aber es gibt noch so viele andere geile sachen die ich euch quasi zeigen möchte die ich euch bisher aber noch nicht zeigen konnte deswegen ja es immer abwechselnd sind wir einmal backpack battles und dann was anderes so erhöht den schaden von blitz angriffen was sind denn blitz angriffe heute wo dies mit den schaden und angriffen wie schnell in allem ausgeführt werden ja sie kriegen ja ordentlich stärker dazu den schaden von aufgeladenen angriffen so attributssteigerung nach 1 verbesserung ok also punkte erstmal an sich irgendwo rein zu stecken ist schon sehr gut ich verstehe nicht warum hier redekunst mit dabei ist so wir brauchen noch ein pünktchen machen wir das ja sag jetzt haben wir legit unsere gesamtstats verbessert was sehr nützlich ist so wir können hier noch verbessern erhöht die rate von gebietsbindung die du beschließen kann machen wir auch mal also leveln ist schon sehr wichtig leute es ist ja so einerseits komplex am andererseits auch irgendwie irgendwie einfach den töten wir und dann machen wir den boy und das ding kommt glaube ich parallel dazu also man hat ja auf jeden fall gut zu tun das mag ich mein pferd ist gerade verschwunden lol er droppt das fucking pferd sehr gut juckt den einfach gar nicht so wir haben hier die 1 und die 2 sind sehr nah beieinander kannst schon sehen wie groß die ganze map ist also ich kann auf jeden fall ein bisschen raussuchen aber ich kann noch nicht einschätzen ob das die gesamte größe ist aber es ist schon viel also wenn man sich hier bewegt man legt wirklich wenig zurück den sind wir sehr gut machen auch wenig damage hat aber gut hingehauen die dahinten sind einmal blindes okay okay und wie verängstigt er ist das ist quasi komplette panik bei denen ich hab den typen jetzt gar nicht befreit ich weiß gar nicht ob der mensch was liebt kriege ich jetzt was wir haben kein brain aber wir haben ein riesiges jetzt haben wir den nicht befreit ist das ein nachteil wenn wir sie nicht befreien bevor wir das machen dankeschön für die subs by the way immer dieses unstoppable by the way ding ok jetzt gehen wir zu zwei aber die scheint ja ich muss ja einmal außen rum na guck mal das ist der weg dass wir gehen jetzt diesen weg ja auch entlang so cool wenn das pferd jetzt unten gewesen wäre ich verstehe den reiz dahinter nicht wenn ihr mir das erklären würde warum es euch so gefällt naja es ist auf jeden fall ein sehr ruhiges und entspanntes game trotzdem hat es einen kompetitiven charakter so viele mögen es ja ein ein rank system hochzuklettern und man es gibt ja viele menschen die logik und kombination und sowas halt übelste sorte mögen also die richtige optimale kombination zu finden sehr cool so was machen wir hier so mein deutsch das ist ein fieser der da ist wer die situation die einfache lehrung und der da hinten läuft gegen den felsen ok also diesen turbo lost leute das ist ja unnormal das ist ja absolut unnormal du hast mich gerettet das habe ich getan es ist nicht viel aber ich möchte dir das geben so geil wie alle hinten an ihren arsch greifen und dann einfach sagen take it take it away so das rot ist die bessere waffe wir spielen übrigens ab um 10 was anderes also bald ja ich habe heute noch einen mini game für euch am start würdest du das empfehlen auf dem sale warten ja ich glaube also ich selber empfehle es mir ich spiele es sehr gerne ich habe ja gestern frei gehabt und ich hatte übel bock das zu zocken weil ich wie gesagt ja neo und so weiter sehr mag und dass sie hier noch so was witchiges reingebracht haben mit dieser karte ist ganz cool also ich mag es aber ich kann es verstehen dass es keine gute kaufentscheidung für andere ist weil es 80 euro ist ein playstation exklusiv ich weiß jetzt nicht wie oft playstation preise reduziert ich bin da tatsächlich ein kompletter neuling und deswegen kann ich da gar nicht so viel sagen ich hatte aber auch spaß an wohlung aber wohlung war halt viel kompakter das waren so kleine schlaurige missionen mit ein paar backtracks so wie man es kennt das sieht cool aus aber wo komme ich da hin muss diese brücke erst gebaut werden aber ich kann hier unten lang ne guck mal ich kann auch darüber gleiten wahrscheinlich aber da unten ist ne kiste die kann ich aber später holen ich glaube ich versuche darüber zu gleiten jo ich hab ne katze gehört hab ich ne katze gehört da haben wir ne katze man diese katzen sind aber auch versteckt war laut die holen wir dann gleich wir gehen erstmal hier lang weil jetzt haben wir ja diesen erhöhten bereich hier geht es ja quasi um die ecker also ich glaube es ist für richtige neo fanboys so wie meine wenigkeit ich glaube da ist das ein gutes game sonst ist es schon sehr teuer aber ja sieht es auch nicht super scheiße aus auch wenn natürlich leute grafisch halt mehr wollen ich denke die performance auch nicht optimal aber es könnte jetzt auch vielleicht an meinem an dem projector liegen ich spiel ja quasi über den obs projector vielleicht ist der einfach kacke wenn ihr aber sagt hey maxim bei mir sieht das game super smooth aus alles cool dann freue ich mich natürlich aber wenn man die grafik so ein bisschen erhöht dann ist es nicht cool ich gebe mal davon aus dass hier ein boss frei ist also würde ich würde ich mich sehen würde ich mich sehen jo gehen wir schnell der hier ist geschockiert ich gehe nochmal aufschneiden der ist doch kein boss frei ist ein bisschen ja ein bisschen fies würde ich sagen dass wir hier so ein massaker anrichten bei einem gott schwertpaar des grünen schnabels finde ich auch gut okay habe ich eben noch irgendwas da geht es noch weiter ne da oben will ich das spiel haben da gehen wir auch hin keine sorge die katze holen wir auch noch leute die katze holen wir uns auch noch wachsen nach realismus in dem spiel wo wir uns dann ja nach realismus ist also realismus will ich ja nicht ich meine spielt ja computerspiele weil es ja unrealismus so realismus ist ja auch sehr anstrengend da muss das muss man ja quasi auch mögen so realismus musste ja irgendwie irgendwie mögen ich weiß nicht ob ihr schon mal survival games gespielt habt und da gibt es ja green hell green hell oh boy it's hell das sieht doch immer cool aus green hell ist halt realistisch aber irgendwann wird es einfach diese beruhigungsphase haben so fertigkeitspunkt bekommen jetzt gleiten wir zu der katze da unten ist sie sie auf der brücke sie ist auf der brücke das gleiten ist übrigens sehr anstrengend irgendwie ah ich drücke die katze auf hello also sie haben so viele katzen schon es ist auch realistisch dass sie geht so färtsschild da hinten noch das finde ich auch geil auch konsistent stunden statua ja man hat hier gut was zu tun das ist die karte also man kann hier noch weiter rauszoomen ich weiß nicht was hier oben noch sein wird sein kann aber es ist sehr viel also die karte ist sehr groß leute das ist ein großes das ist ein großes gebiet das ist das ist wirklich cool gemacht so das ist eine große feste also das dahin ist auf jeden fall eine boss arena nach der brücke also 100 prozent das kann ich mir anders gar nicht vorstellen das geht das ist schon cool gemacht so wir müssen noch ein bisschen genau hingucken ja es ist ja die scheißkiste dort zum glück werden die hier auf der karte markiert also wenn ich die verkacken sollte ist nicht so schlimm so was ich aber will ist natürlich oha guck mal ausführungsstufe 8 und die ist halt 14 also das wäre nochmal zuverlässiger anführer aber ich will auch den lineal da ne unvergleichlicher meister allgegenwärtiger ninja ja man hat so viele sets man das ist ja übel pain und hier ist wieder so ein schwert heiliger also es ist geil aber es fühlt sich auch nicht rewarding an wie oder vielleicht ist es auch mit absicht so dass man ein bisschen länger braucht wie man den rewards tatsächlich bekommt aber da drin muss ein boss sein aber wahrscheinlich nicht weil es ist ja ein auftrag hör dir den auftrag an boom noch mehr entdeckt noch mehr katzen und noch eine kiste scheiße die kiste hab ich nicht entdeckt aber ich glaube das ist erstmal ein gespräch weil das ist ja schlicht fein das ist ja unser freund da bist du ja hör zu hier ist der plan die diebe haben sich in der burg verschanzt dort einfach so rein zu spazieren wäre praktisch selbstmord jo aber mit meinem prototyp kannst du von hier aus hinein gleiten sobald du in der burg bist musst du nur noch meine baupläne finden okay kannst losgehen bin bereit wenn etwas passiert werde ich dir leider nicht helfen können toll danke okay genau und jetzt entstehen quasi dungeons na erhalte mehr geld vom besiegt erhöhte die anzahl an kugeln siehst du das kann ich jetzt einstellen dass die beiden mit laufen aber es ist halt dadurch auch leichter Leute das ist das problem die mission ist halt deutlich leichter dadurch aber die kriegen halt diese bindung und diese bindung ist halt gut weil die schaltet dann meistens irgendwelche sets frei das weiß ich noch bei bolong haben wir dann irgendwann alleine gespielt und dann haben wir den einfach übelste drogen kippen spielzeug alles gegeben damit die unsere freunde werden damit wir deren set boni kriegen also es war ganz schön anstrengend muss ich sagen es war sehr anstrengend so mission gestartet na das bedeutet jetzt ist es quasi eine jetzt kann ich hier nicht mehr raus porten oder sowas jetzt ist der fokus hier drauf gleitflug ja das habe ich doch schon gemacht ist komisch dass der manchmal nochmal ins tutorial geht ist das schon aktiviert ja jo wir stürzen jetzt gleich auf den ersten da hello he did wobei der klingt richtig viel feuer damit naja sagt cool aus wir suchen die trotzdem step by step alle zu machen da oben ist keiner oder das alleine das ist ein starker gegner er überlebt das auch guck mal welchen modus wir gehen können der jetzt robuste knieschützer heftiger ansturmen er 1 und er während du angreifst jetzt wo die fähigkeiten schon gelernt hast kannst du den ganzen mitten beinahe er rein drücken ist auf jeden fall will ich kann ja quasi zwischen den waffen wechseln oder in der attacke das ist komisch das sind so zwei geht es so wir wissen das banner und dann sie gewürdigen sie haben da ein der da sieht wild aus der dinge so eine wahrscheinlich alle erschießen so das ist halt cool das ist halt von neo da ist lol da muss man hin weil das ein starker gegner nein ok das war natürlich und dann habe ich doch der daten auf mich aber auch nicht so richtig da wird er da ist das ist ein starker gegner starker gegner mit schild da gibt es keinen guten kampfstil da gibt es auch von denen hier charge das ist einfach der dümmste angriff aber ich habe die größte poise während des so hier können wir den angriff wieder wechseln auch von oben also wir haben halt sehr viele verschiedene moves was halt ultra viele also ich habe pro stil den ich hier umschalten das seht ihr jetzt nicht also ich habe hier die verschiedenen stile und pro stil habe ich einen anderen damage und einen anderen spell auch also das ist total wild gemacht muss ich sagen der den schild gegen den bin ich jetzt schlecht aber kann ich auch nicht verbessern ist also ein schild heini aber ich glaube sein schild ist das gehört wo ist die katze wo ist die katze wir müssen alle katzen finden ich habe mir das kurz vor ja das ist schon ordentlich aber es ist quasi so der zwei hände unter den katana also das ist jetzt keine super krasse fantasiewaffe wir müssen trotzdem noch versuchen diese neo-mechanik mit dem r1 nach nach einem nach einem angriff zu machen das sollte man sich am besten wirklich weiterhin angewöhnen oder eher nicht angewöhnen so wir haben hier fässer ohne ende ja den big guy würde ich natürlich gerne mit dem backstep beginnen und dann gucken wir uns an ob wir einen coolen stil gegen den haben und dann gibt es hier sehr viele fässer die wir nach dem schmeißen können vielleicht war da gar keine fahne ja loler spontan ne 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 keine eile ich war mal händler der sogar verbessern kann das ist einfach ein schmied natürlich aber der hat nichts cooles dabei ich danke dir so also da ist der typ da oben ist aber noch einer der stört so jetzt haben wir den typen an den großen in dem sind wir gerade schlecht aber wir haben noch den kampfstil da sind wir gut gegen in denen sind wir jetzt gut was unseren kampfstil ich kann nicht rollen ich kann seit zwei tagen nicht wollen zwei tagen konnte ich ein tag rollen ist schon sehr schlecht aber seit zwei tagen nicht rollen können das ist sehr schlecht und ich habe das wasser nicht verstanden haben wir den vergiftet haben wir den vergiftet oder nicht doch das ne das ist feuer immun der feuer immun ist ich weiß nie wenn er zu schlägen wir haben ja das ja hier runterfallen wollte ich jetzt auch nicht so da ist er so viele die later ich freue mich Wir haben einen Pfeil gespeichert, warte mal die. Okay, das wollte ich nicht. Boah, das ist so schlimm wie delayed das ist. Er ist einfach da. Oh nee, das ist nicht machbar. Das ist für einen normalen Menschen nicht machbar. Boah, also er rennt auf dich zu, dann bleibt er stehen, dann holt er aus und dann schlägt er zu. Anstatt aus dem Run heraus zuzuschlagen. Das ist super unangenehm. Das ist leider sehr, 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 sehr unangenehm mit dieser Reihenfolge. So, ich mag auch Rennattacken bei solchen Spielen nicht, wenn man halt aufhört zu rennen. Und dann angreifen. Nee, eigentlich man hört auf zu rennen, dann holt man aus und dann greift man und das geht nicht. Das ist doppeltes Delay. Hier rüber. Das ist verboten. Also wurdest du entdeckt und hast es trotzdem geschafft. Großartig. Ich habe gesehen, wie diese Kerle um ihr Leben gerannt sind. Ja, die Kerle. Oh, meine Skizzen. Danke. Okay, also die Vertonung, der Sprecher hat auf jeden Fall sehr viel Bock. Ich habe mich nicht geworfen. Jetzt kann ich dem Atelierbesitzer endlich zeigen, was ich kann. Und hier dafür sprach. Nice. Moment, Moment noch. Aber du musst ihn noch benutzen, ja? Da werden alle um... Hier in der Nähe ist eine Anhöhe. Eine gute Gelegenheit, die Kamera auszuprobieren, oder? Oh. Na ja, die Kamera ist ein... Ist eigentlich so das Hauptmissionsziel, was wir wollen. Wait. Alter. Das war einmal eine stolze Burg für die Fürsten des Hauses Kira. Doch ihre Glanzzeit ist lange vorbei. Das sieht aus wie der Rucksack wackelt. Da kriegst du leeren Schmerzen. Komm schon. Hier rüber. Bin da. Sehr gut. Zeit, die Kamera auszuprobieren. Nur keine Scheu. Hä? Ah, ich hab's. Der Tempel, in dem wir uns getroffen haben, ist für ein Foto bestens geeignet. Freut mich, dass dir meine Kamera gefällt. Okay. Beeindruckend, was? Und das ist erstaunt. Ah, dafür... Ich muss gehen. Die Kamera reparieren. Weißt du, der Fotograf hat eine ziemlich kurze... Übrigens, bleibe ich noch etwas in Yokohama. Nirgendwo sonst kann ich mehr über Ideen und Erfindungen aus dem Ausland lernen, als... Denk dran. Ich baue nicht nur Kameras. Wenn du bei etwas meine Hilfe brauchen solltest. Cool. Wunderbar. Ich helfe liebend gern. Ich bin in einem Fotoatelier in Yokohama untergebracht. Du kannst mich dort jederzeit gern besuchen. An dieser Kamera möchte ich auch noch so einiges verbessern. Okay, also dass die Kamera eine extra Mechanik ist, ist schon Sinn. Wait, habe ich jetzt ihn als Tüftler? Ich kann ihn jetzt auf Mission mitnehmen? Aber er kann nicht kämpfen, hat er gesagt. So, je mehr Rüstungen, desto mehr... Okay. Nutze neuer Entwurf in einem Langhaus, um das Aussehen... Ach ja, der ist mir scheißegal. Das ist mir natürlich scheißegal. So, besseres Gewehr gab es auch nicht. Und dann will ich eigentlich nur unvergleichliche Ninja haben. Nur das will ich. Es gibt doch... Ne, allgegenwärtiger Ninja, entschuldige mich. Allgegenwärtiger Ninja ist gut. Das ist ein verlässiger Anführer, aber ich könnte kotzen. Ja, also es gibt so viele Sets. Was ist das? Das ist ja crazy. Ein neues... Warte mal, das ist ja verrückt. Dass man hier einen neuen Rüstungsgegenstand freischalten kann, ist schon insane. Was kann ich... Aber kann ich das bei dem Typen machen? Isuka. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich spiele jetzt übrigens gleich das andere Game. Man kann bei dem... Okay, das müssen wir noch testen. Weil ich glaube, ich brauche da zu 100 pro Euro Hilfe. Also wir gehen zum Langhaus. Im Langhaus ist quasi unsere Base. Okay. Das ist quasi unsere Hauptbase. Das sind noch unsere Freunde, die wir hier schon eingeladen und eingesammelt haben. Hey! Warum hast du es so lange gebraucht? Okay. So, jetzt können wir uns entspannen. Also wir können auch was mit dem Haushalt machen. Aber ein und ein und ein. So, neu entwerfen. Weiß ich nicht, ob das was bringt. Also das interessiert mich nicht. Bist du sicher, ohne zu speichern? Ja. Ich muss jetzt mit dem Typen nochmal reden. Aber wieso kann ich nur mit ihm reden? Was? Ist doch... Jetzt bin ich schon traurig. Oh, das war ein Fehler von mir, ne? Hier, da ist der Fotograf. Da muss ich hin. Ich muss ganz kurz... Also der ist doch jetzt dort. Wie findest du das Spiel? Vergesst du anders am Bereich spielen? Naja, ich habe jetzt noch nicht so viel... Ich habe jetzt noch nicht dieses Ghost of Tsushima gespielt. No, it's not like that. Lass dir eure Wünsche realisiert werden. Ich stelle sie in den Bindungen. Ja. Wo ist der Foto-Boy? Hier ist der Foto-Boy. Wie geht es dir? Boah, das ist noch jemand anderes. Oh, weißt du... Vielleicht könntest du mir etwas aushelfen. Natürlich entlobten. Oha, der wirft... Also die Beschäftigungstherapie ist hier insane, Leute. Gebeten hatte. Aber wir können uns schon mal angucken, was wir kriegen. Das finde ich geil. Ich bin gespannt. Leute, wo ist der Typ? Was ist der Typ? Ein ziemlich gutes... Graf, ich bin gleich in den 3 gehen. Yes. Also hier ist ein Foto. Aber wo ist der Typ jetzt? Leute, ich verstehe jetzt nicht, wo... Ich will dieses... Ich will das hier haben. Ich will das jetzt hier haben. Ich muss mit dem Technologie entwickeln. Wo mache ich das? Hier war er jetzt nicht. Hier war nur... Alter, das ist ein Hund. Oh, ist das nicht der Pilgerhund? Du kannst den Hund zu den verschiedenen Schreinen im Land schicken. Die Leute werden sich unterwegs gut um den Hund kümmern. Also sollte er etwas Geld dabei haben. Vielleicht erhältst du im Gegend. Genau so kümmerst du dich um die Pilgerhunde von anderen. Versuche es doch einfach mal mit denen. Was? Nach einer gewissen Zeit wird er zurückkommen und Silbermünzen und Talismane. Was können wir mal hier? Oh, Silbermünzen ist gut. Ich hole mal eine Pflaume. Ich hole mal eine Pflaume. Das ist ein Hund. Das hat aber gedauert. Das ist Multiplayer. Wo ist der andere Typ? Also ich kann es nicht haben. Leute. Also das muss man beim nächsten Mal klären. Das nervt ein bisschen, dass ich nicht, dass ich jetzt ein potenzielles neues Items-Slot habe. Der Typ ist beim Fotograf im Hinterzimmer. Aha, okay. Das muss man so gut merken. So. Dann machen wir so. Schließen das Spiel. Und dann machen wir so. Dann musst du ein Kabel umstecken. Oh, boah, jetzt ist das heiß. Alter. Die Playstation macht aber auch Temperatur drauf. Das ist ja verrückt. So. Jetzt stellen wir ganz kurz nochmal um. Ich werde jetzt ein anderes Spiel spielen. Dazu muss ich aber hier die Anzeigeeinstellungen noch ändern, die aber richtig sind. Okay. Ich gucke nochmal rein. Das sieht nicht gut aus. Mal aktivieren, deaktivieren. Ich starte mal den PC neu. Dann erkennt er vielleicht den Monitor ordentlich. Also das Ding ist, ich habe jetzt quasi die Playstation abgezogen. Das HDMI-Kabel von der Playstation. Und jetzt in den PC gedonnert. Und hier stand da neu. HD60S Plus. Ich glaube schon, ja. Ich glaube, das ist die schon. Wir spielen jetzt übrigens was Neues. Und zwar, ich weiß nicht, ob das Spiel schon da ist. Es heißt, Once Upon a Rogue. Und dann, oh, ist es einfach irgendwie mein Name. Once Upon a Rogue-Tale heißt das Game. Null Follower auf Twitch. Kein Bild auf Twitch. So. Also wirklich, nothing. Nothing at all. So. Hättest du den Treiber neu laden können? Ja, ich glaube, es kann sein, dass ich irgendwas in die Richtung machen muss. Weil, äh, doch, jetzt erkennt er es. Also alles funktioniert. Wunderbar. So. Genau. Ähm. Das Spiel ist folgendes. Ich hau es mal hier kurz rein. Wie gesagt, es ist ein Indie-Game. Ich bin ja ein großer Freund davon, Indie-Games zu unterstützen. Und wir gucken mal an, wie das Spiel ist. Aber erstmal müssen wir es finden. Da ist es. Es ist erstmal nur eine Demo. Der Release ist mir noch unbekannt. Allerdings habe ich eine sehr witzige Nachricht bekommen. Ich habe eine sehr, sehr lustige Nachricht bekommen. Und wir testen das jetzt mal. Also das Spiel, äh. Genau, die nehmen am 25.03., also morgen, nehmen die am Deck-Builder-Fest-Teil. Das ist ein Deck-Building-Game. Könnt ihr also wishlisten, wenn ihr wollt. Und jetzt geht's los. Ich soll jetzt... Es gibt wohl eine Überraschung für mich. Das sieht schon mal sehr wild aus. Es gibt jetzt wohl eine Überraschung für mich. Aber wir machen erstmal folgendes. Wir machen erstmal das Deutsch. Wir machen erstmal das Deutsch. Wir machen das Spiel erstmal auf Deutsch. Das sind ja auch deutsche Designer. Oder Designer aus Deutschland. Eigentlich ist das immer so ein Team extrem mixt. Der... Der... Die Maus sieht auch insane aus. So. Die haben eine kleine Überraschung für mich eingebaut. Ich soll folgendes tun. Ich soll im Hauptmenü F1 drücken. Und dann Maxim eingeben. Und dann Enter. Los geht's. Okay, das ist süß. Das ist süß. Der sieht schon ein bisschen aus wie ich. Leute. Das ist auf jeden Fall ein sehr niedlicher Start. Na. So weiß 10 hätte ich natürlich gerne. Aber dem ist nicht der Fall. Und ich knuddel hier anscheinend den Frosch komplett aus der Existenz. So. Gut. Ist schon mal ein guter Start. Wir gehen ins Tutorial. Und... Wir gehen da sofort wieder raus. Sag ich jetzt. Tutorial ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Oh my God. Wir testen einfach mal das Game. So. Wir gehen rein. Da ist ein... Oh. Wir haben noch einen Charakter. Der sieht sehr magisch aus. Der... Was hat der in der Hand? Ist das ein Move? So. Wir nehmen Rotkäppchen. Es ist Rotkäppchen. Ups. Es war mal ein kleines süßes Mädchen. Das hatte jedermann lieb. Der sie nur ansah. Ist sie nicht niedlich? Wer würde diesem Mädchen was Böses tun wollen? Pass it. Rotkäppchen. Zu Beginn der Runde erhältst du zwei Block. Okay. Oha. Kapitel 1. Der Wald. Gut. Also ihr seht schon. Es geht natürlich Richtung... Habt ihr einen guten FPS? Ich hoffe doch. Es geht Richtung Slate Aspire. Ich freue mich da sehr drauf. Der Füller ist hier tatsächlich. So. Das ist ein einfacher Kampf. Hier. Der Shop. Das ist wichtig. Wir gehen mal über den Shop. Aber wir können noch Triple schwerer Fight haben. Und das ist ein Event. Okay. Das Problem ist halt, wenn wir jetzt rechts lang gehen, haben wir die übelst krassen Fights und dann erst später... Alter, wie viele sind das bitte? Dann kommen wir zum Wolf. Na gut. Wir gehen mal rechts entlang, würde ich sagen. Und nehmen diese schwereren Kämpfer. Oder normale Kämpfer. Aber erst geht's in den Brunnen. Kapitel 1. Der Besuch im Wald. In den kleinen Schritten näherte sich ein kleines Mädchen. Gekleidet in einen großen, roten Mantel. Weil es den Mantel jeden Tag trug, wurde das Mädchen von allen einfach nur Rotkäppchen genannt. Das ist vertont. Rotkäppchen wollte ihre Großmutter besuchen, die ganz allein im Wald wohnte. Doch als sie die schwere Tür öffnete, erschrak sie. Okay. Sie erschrak. Was ist das für ein Gott? Dankeschön. Äh, darf ich spielen? Ich kann nichts machen. Enter. Wir gehen nochmal in das Hauptmenü. Also we tried. Aber sehr erschrak. Und... Oh, alter. Äh... Jetzt sind sie ja tausendmal mehr Pfade. Wir gehen dann hier so entlang. Wir probieren's nochmal. Es war ein Mann mit schnellen Schritten. Rotkäppchen wollte ihre Großmutter besuchen, die ganz allein im Wald wohnte. Okay, sehr stark. Was sagt China als Matthäus' Eltern? Ach, das war ihr Vater? Doch die Fütter am Waldrand, in der sie gemeinsam lebten, war leer. Die Sorge um ihre Großmutter war jedoch zu groß, um auf ihren Vater zu warten. Also nahm Rotkäppchen all ihren Mut zusammen und griff nach einem der Bögen ihres Vaters. Ah, ich soll durchstecken lieber? So ausgerüstet kehrte sie in den Wald zurück und machte sich ganz allein auf die Jagd. Ah, jetzt geht's. Jetzt war der Knopf weiß. Ich war... Ich bin hier vor dem Button. Der Button war direkt hinter mir. Also, wir haben hier verschiedene Karten natürlich in unserem Deck. Hält 1 Stärke. Erhöht den zugewührenden Schadenpunkt 1. Okay, Motivationsschub. Ein Joker-Würfel. Gut, wir schauen einfach mal rein. Wir... Ich würde das hier gern mitnehmen. Also normalerweise sind ja immer schwere Kämpfe auch mit guten Belohnungen ausgestattet. Und wir gucken mal rein. Also, der hat sich gepansert. Das ist Timo, basically. Ah. Was ist das denn? Wir machen mal die neu. Stetigen. Okay, wir haben jetzt dreimal Angriff. Dreimal Angriff. Und einmal die böse Wolf-Karte. Ich nehme mal an, dass das die Kosten sein werden. Was macht er denn? Herumspringen. Kickt und nimmt 2 Schaden. Okay. Tausche, verzauerte Tanzhafen mit einem zufälligen Nachbarn. Okay. Später wird das natürlich dann hier Follower sein. Das ist jetzt wahrscheinlich erstmal noch scheißegal. Der wird wieder rumspringen und uns auf die Fresse hauen. Er macht 2x2 Schaden, ich glaube. Das heißt, wir nehmen auf jeden Fall einmal Panzerung. Da sind wir schon mal bei 5. Dann würde ich sagen, sammeln wir Kräfte. Oh. Aber ich glaube... Wir werden das wahrscheinlich nochmal ziehen. Der Nachziehstapel ist bei 5. Okay. Das muss ich noch rauskriegen, was diese Würfel hier machen. Aber am Anfang ist es mal wichtig, kein Damage zu nehmen. Der wäre jetzt noch hin und her gestiegen. Ich weiß natürlich noch nicht, was das R bedeutet. Wir behalten das mal. Ich weiß noch nicht ganz, was das R bedeutet. Wir haben aber schon mal 1 Stärke mehr. Das steht hier unten. Das heißt, das behalten wir auch. Wir ziehen jetzt mal 2 Karten. Der Stapel hat sich nicht refresht. Scheiße, das wusste ich nicht. Okay. Er hält 1 müde. Er hat in der nächsten Würfelfase 1... Minus 1 Würfel pro müde. Okay. Der macht wieder 2 Angriffe. Ja, das ist natürlich GG. Wir sammeln mal noch mehr Stärke. Dankeschön. Okay. Und wir sammeln noch mehr Kraft. Also wir sind schon ein sehr kräftiges, kleines Rotkäppchen. Und wir sind ultra tanky. Jetzt bloß die Frage, darf ich angreifen? Ich glaube, ich hätte das Tutorial einmal kurz lesen müssen. Ich glaube, das wäre schlau gewesen. Weil bisher werde ich tanky as hell. Aber wann greife ich denn an? Oh my God. Leute. Du kannst die ganze Zeit angreifen. Das wäre cool. Zwei Rüstung. Oh. Oh my God. Das verbraucht ordentlich was. Warte mal. Der macht... Wir machen trotzdem erstmal einen Block. Wirf eine deiner Karten ab. Zieh zwei. Das ist ja ultra stark. Regel nach. Rotkäppchen hält vier Block und hält eins Energie. Kann noch einmal pro Runde eingesetzt werden. Gesundheit muss 20... Ah, das kann sie nur, wenn sie low ist. Okay. Los geht's. Warte mal, hat nämlich kein Attack mehr. Hat er nicht. So. Das heißt, das können wir nicht machen. Und wir haben Stärke actually abgebaut. Okay, okay, okay. Ich hätte das Tutorial... Nee, Leute. So, der hat noch sechs Leben. Aber wir haben halt Ultra viel Stärke. Wir wählen das mal aus. So, seht ihr? Wir haben jetzt nicht dieses grüne Zeug. Das heißt, wir können nicht... ...den angreifen. Der hat Dormen. Ja, ja. Das steht ja hier irgendwo. Also, hier steht... Hier stand es ganz kurz. Wo stand es? Zu Kampfbeginn. Der Verzauberer hat eins Dornen. Ja, eins Panzerung und eins Dornen. Aber wo sehe ich die... Wie viele Dornen er hat? Das ist eher so das Ding. Und das kann ich anscheinend immer verwenden, ne? Weil ich brauche jetzt ja Grün, ne? Ich brauche Grün oder Weiß. Wir gehen jetzt mal Vollpanzerung, Leute. Und... Wir machen uns einfach auch eins müde. Aber das ist egal. Ich glaube, wir brauchen eh nur noch einen Schuss. Dunck. Dunck. Und wir behalten die Rüstung. Warte mal. Ist er ein Joker? Ist das ein Joker? Der sieht so krass aus. Der sieht sehr nach Multi-Purpose aus. Ja. Okay. Gut. Also, Geld oder Karten. Lohnung überspringen. Das ist witzig. Denn jetzt mal Geld. Wir kriegen beides. Verwandelt Schwäche in Stärke. Das ist krass. Erzeuge auf die Lauer. Lege bis Kampfende. Ah, okay. Höhe zufällig. Okay. Eine Karte aus den Sender. Verband. Ja. Verband verstehe ich. Auf einmal eine Sender Karten. Wandlein, Würfel, ein Joker. Oha. Okay. Verbanden hat ja auch den Vorteil, dass dein Deck kleiner wird. Kleinere Decks sind actually ein riesen Advantage. Lautes Jubeln schalte durch den Wald. Neugierig verfolgte Rotkäppchen dem Lärm. Dem Lärm? Folgte dem Lärm. Okay, jetzt macht es Sinn. Bis ihr eine Richtung erreicht habt. Ein blonder Mann marschierte über die Bühne und unterhielt das Publikum. Das weiß ich alles gar nicht mehr. Ich sage euch, Leute, ich bin einfach der beste Spieler. Das bin ich! Ich weiß jetzt schon, dass ich das bin. Rief er in diesem Moment und lachte herzlich. Das ist schlau. Er hielt inne. Das ist schlau. Oh, dankeschön. An den Entwickler. So, und den Publisher. Er hielt inne und nahm einen Schluck aus einer enorm großen Karaffe. Leute. That's me! Aber ich habe jetzt gerade kein Wasser. Wir machen jetzt komplett Roleplay. Leute. Ich kriege bloß das Ding nicht auf, Leute. Ich mache 12.000 Stunden Training in der Woche und kriege das einfach nicht auf, weil ich ein Schmock bin. Ne, die Reibung ist zu groß. Also, ne, die ist zu gering. Schafft man leider nicht. Ich muss elendig verdursten. Aber ich habe die heute Morgen auch schon nicht aufgekriegt. So, ich präsentiere euch ein großartiges Spektakel. 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 Dafür brauche ich einen Freiwilligen. Abwartend ließe seinen Blick ins Publikum schweichen. So. Oh, wir haben sehr viel Auswahl. So. Für die meisten anderen hohe Brotkäppchen die Hand. Die meisten anderen auch. Also, die sind sehr, sehr... Alter, ich bin Mixer-Bogram. So. Die Frage ist, wie kann ich mich selbst besiegen? Leute. Und ich habe einen Speer an der Hand. Also, hier haben die Entwickler tatsächlich zugeschaut. Das finde ich gut. Massen beeinflussen. Oh, das ist aber viel. Drei Rüstungen. Zwei Stärke. Und eins Ausdauer. Wenn möglich, speziell in Wertigkeit einzusetzen. Okay. Also, das ist gefährlich. Also, ich bin ja auch extrem stark. So, ich könnte jetzt noch einen Joker verwandeln. Ich könnte noch einen Joker... Das machen wir mal. Aber wen verbannen wir? Also, wir spielen ja zuerst die fixe Idee. Die kostet ja nichts. So. Das kostet aber zwei Würfel. Das ist ja eine Diamond Zone. Das ist eine Diamond Zone. Dankeschön. Haben wir das jetzt gemacht? Oder können wir das jetzt das nächste Mal machen? So. Dann kriegen wir... Alle zwei Runden. Alle Gegner halten eins Schwäche. Oh, das ist aber stark. Entwaffnende Sympathie. Das ist natürlich... Gut und schlecht gleichzeitig. Aber ich greife noch nicht an. Ich werde nur stärker. Das ist schon mal nicht schlecht. Das heißt, wir müssen eigentlich auf die Fresse. So oft, wie es geht. Das heißt, wir nehmen... Wir können natürlich Stärke dazu machen. Jetzt würden wir aktuell noch vier Schaden machen. Und das kostet einen weißen Würfel. Ich weiß noch nicht, was ein weißer Würfel ist tatsächlich. Okay, wir machen folgendes. Wir machen mal so. Und verwenden eins von denen. Wir geben uns eins Stärke. Und dann hauen wir mir einmal auf die Phrasen. Und dann nochmal. Weil die Stärke geht auch weg. Ich behalte die Stärke nicht. Bumm. Oh, das ist ja übel hier. Aber er kriegt das erst... Also ich... Oh, das ist gut. Wir hauen mal das beides weg. Okay. Block ist da. Ich werde immer stärker. Muss Runde zwei oder später sein. Okay. So. Die spezielle Fähigkeit weiß ich halt noch nicht, was es bringt. Ja, es ist Mixer am Wokram, Leute. Das bin ich... Also ich... Das ist Gegenteil von mir. Aber schön, dass ihr das mir nochmal sagt. Ist mir gar nicht aufgefallen. So. Verband eine Karte. Aber geschieht das automatisch? Aber es kostet zwei. Ist ganz schön teuer. Also... Ja. No. Er greift ja immer noch nicht an, was gut ist. Das heißt, wir... Ich meine, oder wir greifen halt nur an. Das Problem ist halt, wir haben zweimal grün. Also dreimal. Aber wir haben nur fünf Würfel. Und die Stärke hält nur einen Zug. Also ich glaube, ich greife einfach lieber durchgehend an. So, jetzt haben wir halt ein Würfel übrig. Aber das bringt uns ja wenig. Wir können halt noch Karten ziehen. Aber wir können sie halt nicht benutzen, ne? Das hier ist halt interessant. Aber es kostet halt grün. Grün ist... Also... Und es geht auch gar nicht. Norm. So, jetzt sind wir schon mal ein bisschen geschwächt. Können wir aber mit Stärke ausgleichen. Und Schwäche hält, denke ich, nur ein Angriff. So, das ist gelb. Okay, dann machen wir alle weg, oder? Okay, wir haben einen Joker. Und einmal angreifen. Ich hoffe, dass er dann den anderen nimmt. Wie lange hält sind die Schwäche? Ich glaube, das hält nur einmal. Wir testen das aber trotzdem. Wir können noch Zielen benutzen. Und dann gleichen wir das aus. Sind dann natürlich aber müde, aber... So, das ist null Schaden, weil ich werde auch immer tankiger. Oh, das ist 4, der Mensch. Okay. Ja, ich bin ultra stark. Und ich bin auch sehr schwach. Maxi wird von einem kleinen Mädchen fertig machen. Ja, das ist jetzt sehr, sehr schwer. Und die Müdigkeit ist tatsächlich auch ein Nachteil. So. Ah, okay. So, eine Sekunde. Wir müssen noch den Hexenkessel, aber den nehmen wir mal nicht. Wir behalten auf jeden Fall einmal grün. Zweimal grün und noch einen Joker. Okay. Ja, weniger Würfel ist ein astronomischer Nachteil. Oh, jetzt haut er aber richtig zu. Er hält zwei Ausdauer. Okay, also irgendwann haut er uns übelst in Sorte. Bester Späler. So, okay. Ach, Damage. Das ist actually viel. So, wenn wir das machen, kann ich das noch abbrechen? Dann würden wir eins von denen auch verbrauchen. Also, wir können einmal weniger Schaden nehmen. Weißt du, was wir machen vorhin? Wir machen zweimal weniger Schaden. Wir machen zweimal weniger Schaden. Weil jetzt hatten wir eh nicht den Angriffswürfel. Das Problem ist halt, die Rüstung ist jetzt gone. Oh, wir haben ja übel kassiert. Dann haben wir das gerade zweihandert. Nicht dumm. Bin ich done? Oh, oh. Wieder 8 Damage. So, are you not entertained? Aber er ist dann geschwächt. Er heilt den. Oh, das ist ja übel krass. Okay. Ich glaube, wir müssen Zielen nehmen. Wir müssen Zielen nehmen. Weil sonst schaffen wir es nicht. So, jetzt haben wir noch 6 Leben. Das heißt, ich brauche nächste Runde 2 Angriffe. Ich bin betäubt. Oh, oh. Ja, das nehmen wir einfach mal. Das heißt, ich kann gar nicht angreifen. Aber ich kann gar nicht gar nichts machen. Doch, ich kann mich noch beteiligen, ne? Okay, jetzt bufft er sich quasi wieder hoch. Jo, dann haben wir ja gewonnen. Aber wir haben die Hälfte der AP verloren. Und Schwäche und Müde ist natürlich auch toxic. Das war ein Fehler. War ein Fehler. Doch, ein Joker oder Groh. Okay, wir können jetzt nochmal sicher Schaden machen. Dann kassieren wir nächste Runde nochmal ultra hart. Nochmal müde ist schwierig. Joker umwandeln müssen wir nicht. Und Stärke. Jetzt hätte ich fragen, ob Stärke verschwindet. Wir können jetzt noch 1 Energie erhalten. Damit würden wir 1 Würfel mehr haben. Hätten 4 Block. Eigentlich geil. Machen wir mal das. Und das. Weil der hat ja in der nächsten Runde nur 3. Honk. So, dann hat der auch weniger Armor. Und wir haben jetzt viel mehr Würfel. Was potenziell 3 Angriffe sein kann. Und dann haben wir gewonnen. Shit. Ist aber nicht schlimm. Alter. Ist das Tollging? Alter, noch ein Leben. Aber nächste Runde bin ich tot. Da ist Rockram Mixam besiegt. Der hat uns jetzt geschwächt. Juckt nicht. Juckt doch nicht, oder? Weil wir brauchen echt viele Würfel. Also Würfel sind ja ultra wichtig. Wir haben noch einen Joker. Okay, das reicht jetzt. Trotz der Schwächung gewinnen wir doch jetzt. Wir können sogar Zielen machen. Da sind wir ein bisschen müde. Aber it doesn't matter. Ups. Und tschüss. So, nämlich. Rotkäppchen besiegte ihn. Doch sie war völlig außer Atem. Du bist echt stark, Rockram. Rief Rockram. Das ist einfach so schön. So. Aha. Das ist gut. Ich nehme natürlich den Speer des Rockrams. Ja, jetzt 1 Stärke pro Stärke. Oh, why? Das ist krass. Halt des Subs. Oh, das ist auch nicht schlecht. Doch, nimm meinen Teil meiner Gage. Geil, Leute. Wir nehmen natürlich meine Gage. In Form eines Super Speers. Okay. Der kostet aber 3. 3 ist echt viel. Weil die Stärke bleibt nicht. Die Stärke bleibt ja nicht. Die Stärke verschwindet quasi, sobald ich angreife. Die Frage ist halt, ob man einfach... Die Stärke stakt aber dafür. Das ist interessant. Ja, den Defiz-Screen hat man tatsächlich auch rechter. Na, das ist immer noch eine gewisse Gefahr. Okay. Ich kann die Form hier noch nicht erkennen, was das hier ist, by the way. Das sieht aus wie eine Maus, die einen Blitz auf dem Kopf hat. Und die Maus guckt nach unten. Und das sind ihre Haare. Ich verstehe jetzt mal. Oha, jetzt sind sie schwer. Wütender Dorfbewohner und der Dorfaufseher. Der letzte verbleibende Gegner wechselt zur Wüte. Oha. Okay. Zufällige Gegner hat 1 Schwäche oder 1 Fragil. Okay, das ist auch sehr stark. Das soll ein Berg sein. Ah. Stimmt, jetzt sehe ich es. Oh mein Gott. Ja. Also wenn es richtig rumgedreht ist, erkenne ich es jetzt auch. Das sind Wolken und das ist der... Okay. Okay, okay. Gut. Dungenweil. Er wirft mit Scheiße nach mir. Geh, ich kriege nach Ende der Runde 1 Stapel. Unblocker an Schaden. So, das ist auch nicht gut. Also den müssen wir schnell fertig machen. Den müssen wir sehr, sehr schnell fertig machen. Das kostet nichts. Aber wir haben nur 5 Würfel. Wir haben ja nur 5. Der wird mich eh vergiften. Also gegen das Gift kann ich gar nichts machen. Und der hier gibt den anderen Stärke und Zuspruch. Hier soll zu froh sein. Hmm. Das Ding ist halt eins müdes für nächste Runde. Ist aber nicht schlimm. Also die Anzahl der Würfel ist ja wichtig. 5 Würfel ist ja eh schwierig, weil so ein Angriff kostet ja 2. Ich könnte jetzt 2 Würfel einsetzen und hätte nächste Runde dann 6. Und könnte noch blocken. Aber der Angriff ist ja eh nicht richtig da. Okay. Aber das wäre schon gut. Also 2 Stärke merkt man tatsächlich sehr. Ich mache jetzt 2 Stärke. Bonk. Und Bonk. So. Dann ist der schon mal gone. Und dann kriegen wir jetzt das Gift. Das ist krass. Aber Gift kann ich nicht verhindern. Das ist schon fies. So. Dann ist der hier anders. Der macht jetzt einen Swing für 5. Dann machen wir einmal den würde ich sagen. Und wir gar kein Damage kriegen. Dann ist natürlich das Gift noch da. Und das Gift muss man dann einfach aushalten. Gar nichts. Das ist doch nur als Katzen im Game. Sonst ist es nicht schlecht. Na gut. Katzen sind. Natürlich auch. Gefährlich. Also wir müssen irgendwie an mehr Würfel rankommen. Das wäre geil. So. Der Swing jetzt für 3. Ich habe noch 10 Leben. Jetzt müssen wir quasi schon berechnen. Wir haben allerdings Zielen. Zielen ist ultra gut. Und tschüss. Und ich bin sehr schlecht in Mathe. Ja, ist jetzt ein Damage. Was passiert? Bestätigen. Ich nehme mal an, dass der weiße Würfel, Leute, alle Farben sein dürfen, oder? Weißer Würfel ist jede Farbe, richtig? Bum, 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 Strauß. Mische zwei fixe Idee in der Nachziehstapel. Oh, das ist cool. Verbündete erhält zwei Block pro Stärke. Entfernt die Stärke. Aber das war eigentlich bisher sehr work. Also für Burst war das übel gut. Hier ziehen wir halt viel und ist kostenlos. Aber dadurch werden die Kämpfe auch sehr lang. Also der Angriff ist halt, also der ist übel wichtig. Und das ist zumindest ein bisschen mehr Bonus-Damage. Ich würde mal das hier nehmen. Weil die Wahrscheinlichkeit ist natürlich hoch, dass mein Team natürlich noch deutlich, deutlich größer wird. Wir gehen mal über den Shop, weil ich will gucken, wie viel Kohle ich da bekomme. Wir ditchen damit einen guten Fight. Ich habe aber auch Zweifel, dass ich einen guten Fight, also dass ich einen schweren Kampf schaffe. Wenn jetzt hier nochmal so ein Mixer am Wokram kommt, Bruder. Ich habe Jesus vertraut. Und das war ein Fehler. Wir gehen zuerst über den Shop. Und dann nehmen wir die schweren Kämpfe, würde ich sagen. Ich weiß auch nicht, was man bei einem Lagerfeuer macht. Das ist ein... Was ist das? Will ich da einordnen? So ein einordnen habe ich noch nicht. Okay. Verzauberter Tannenzapf. Er hält zwei Block und zwei Rüstung. Rüstung heißt ja für die nächste Runde Block, richtig? Dornen. Angreifer pro Dornen. Also die hat... Aber das baut sich ab, richtig? So. Zickzack Sprünge. Er hält zwei Block. Er hält eins Parade. Parieren. Oh, oh. Pariert den gesamten Schaden des nächsten Angriffs. Wird im 1 reduzieren, wenn man angriffen... Oh, das ist ja heftig. Das ist nicht gut. Das Parieren ist leider brutal, weil ich will ja nicht... Also den ganzen Schaden selber in die Phrasen, das ist nicht gut. Ich ziehe erstmal noch ein paar Karten. Wir könnten viel Kraft sammeln. Aber dann pariert die mich. Will ich einen Parry? Das will ich ja nicht. Fällt vier Block. Na, das würde ich dann nutzen, wenn wir wirklich abwehren müssen. Also statt dem hier... Entschuldigung. Statt dem hätte ich halt das genommen. Aber den Block lagere ich nicht, oder? Wir versuchen auf jeden Fall, sie schnell so möglich fertig zu machen. Weil sie geht mir ja ultra auf den Sack. Karten abwerfen bringt mir jetzt auch gar nicht mehr mein Kranz. Also wir müssen irgendwie an Würfel rankommen. So, jetzt ist es eklig. Jetzt ist es leider, leider eklig. Der Halt der nächsten Schwächschwung wird verhindert. Okay, parieren. Der gesamte Schaden der nächsten Angriffschwung 1 reduziert. Warte mal, das ist aber nicht so schlimm. Ah, ein Felix Bachlinger ist die Mucke. Der hat schon die für Dorfumann gemacht. Okay, Hornblütung. Andere Verbünde, der heilen für 1, entfährt einen zukünftigen negativen Effekt. Okay. Also die machen wir jetzt trotzdem kaputt. Ach, guck mal, das ist ja schwer. 1 Stärke pro Stärke. Ja, das muss natürlich snowballen. Wir testen jetzt mal was. Weil die machen ja noch Shenanigans. Wir testen jetzt mal was. Wir machen jetzt so. Und so. Und dann den Sperr. So. Jetzt haben wir 8 Stärke. Jetzt beenden wir den Zug. Die machen hier Swibidi Swabidi, Bebidi Bobidi. Der hat sich geheilt. Der eh volle HP. Doesn't matter. So, jetzt haben wir einmal das. Das reicht uns auch. Bestätigen. Zudem werde ich jetzt One-Shotten. Oder ich One-Shotte mich selbst. Das ist jetzt ein One-Shot. Was? Sie war immun, ja. Aber ich dachte... War das diese Immunität? Die Erschwächung wird verhindert. Ich muss hier... Warte, warte. Das verstehe ich jetzt nicht. Wir ignorieren jetzt alles. Aha. Gut. Dann habe ich es doch nicht verstanden. So. Wir kriegen 2 Damage. Ein und Kerl. Boom. Okay. Wir werden Schaden kriegen. Aber ist ja nicht schlimm. So. Die hat ein bisschen in den und her geswappt. Okay. Also Maximus Speer ist sehr, sehr nützlich. Den finischen wir jetzt einfach. Machen wir mal zielen. Zielen ist halt geil, weil es mit der Anzahl der Würfel gut hinhaut. So. So. Und die Passive ist auch sehr nützlich, dass wir die Thorn einfach durch unsere Passive-Counter... So. Verwandelt Schwäche in Stärke. Das klingt interessant. Erzeuge einen auf Lauer legen. Das beginnt jeder Runde. Oh. Jetzt verstehe ich erst, wie gut die ist. Ist ja cool, wenn der einen Würfel hinzufügen würde. Okay. Wir nehmen mal eins auf Lauer legen, würde ich sagen. Dann gehen wir jetzt über die Event-Mechanik, weil ich will unbedingt den Shop sehen. Also den Shop muss ich auch erst noch begreifen. Aber ich bin sehr low. Die Sonne ging gerade unter, als Rotkäppchen ein Wirtshaus erreichte. Die Gäste waren schon zu Bett gegangen. Nur der Wirt war noch wach. Er hatte der Tür den Rücken zugewandt und murmelte vor sich hin. Rotkäppchen konnte nur ein Wort davon verstehen. Goldesel. Wir gehen ja alle Märchen durch. Aus dem Augenwinkel sah sie einen kleinen Tisch beladen mit dampfenden Schüsseln. Er war nicht gerade noch leer gewesen. Du oder Mädchen, sprach der Wirt, sie mit einem verstohlenen Blick an. Würdest du mir helfen? Etwas zurückzuholen, was ein Gast gestohlen hat. Rotkäppchen zögerte. Es kam so ein ungutes Gefühl, dass er keine ehrliche Absicht hatte. Wir klauen den Tisch. Sie wartete im Wald, bis der Mono war ein Linger. Leise öffnete sie die Tür und schließt sie die Tür. Der Wirt war nirgendwo sehen. Rotkäppchen schlang die Arme um den Tisch und randet damit ab. Oh, was? Was? Aber die Belohnung, Tischlein deckt dich. Oh, das kostet aber vier. Erzeuge einen Tischlein deckt dich bis zum Kampfesende. Okay. Verwandle zwei Würfel in Joker. Verbande diese Karte. Tischlein deckt dich. Erhalte eine zufällige Speise auf die Hand. Und das müssen wir alles testen. Aber erstmal gehen wir einkaufen. So, 1200 Gold. Ist das viel? Pay to feed. Ach, der schläft. Das Füttern der Ziege erlaubt es dir, eine Karte aus deinem Deck zu entfernen. Okay, das ist ultra wertvoll. Das Einhorn möchte sich dir anschließen. Also, das sind die Spells. Verbündeter verliert eins Gift. Tausche selbst mit einem zufälligen Nachbarn. Zu Beginn jeder Runde zufälliger Verbündeter erhält zwei Block. Bestätigen. Oh, das ist heftig. Okay, was haben wir denn hier? Erzeuge Schneeweißer Vogel. Was macht Schneeweißer Vogel? Erhalte fixe Idee. Fixe Idee ist zwei Karten ziehen. Eine Karte wird aus dem restlichen Kampf verband. Okay, das ist aber weird. Nee, ich krieg das jede Runde. Alter, es gibt übelst viel Langzeitscheiß. Promotion bereichen. Tausche. Gegner mit einem zufälligen Nachbarn. Was zur Hölle? Ach so. Mit einem zufälligen Nachbarn. Okay, okay. Aber das ist dann ja ein Effekt, wo man später gucken muss. Aktiviere zufällig. Ziel verliert zwei Stärke oder... Ich habe Jesus vertraut. Verliert zwei Eisern. Und das war ein Fehler. Oha, das heißt, der Armor-Gain ist geringer. Verbesserte Bogensee. Erhalte einen zufälligen Würfel. Das ist nicht schlecht. Erzeuge eins Energie. Erzeuge eine Energie für eins Runde. Das ist doch übel gut, oder? So. Ja, wir nehmen dann mal einen... einen Block raus. Okay. Also die Shops fühlen sich sehr gut an, weil ich bin ja offensichtlich übel reich. Ist auch sehr viel Utility tatsächlich. Aber ich muss noch gucken, wie viel dann was kostet. Und es gibt super viele Ereignisse. So, die Sonne erschien und ließ Rotkäppchen für eine Weile ihre Sorgen vergessen. Sie stimmte sogar ein Wanderlied an. Hey Mädchen, mit dem roten Mantel. Ihr gegenüber stand ein junger Mann mit nichts als einem kleinen Bündel über der Schulter. Bevor Rotkäppchen das erwidern konnte, sprach er weiter. Du siehst so glücklich aus, dass ich ganz neidisch bin. Bestimmt musst du nicht so schwer schleppen wie ich. Sehen wir noch gar nicht, ne? Während er sprach, hielt der Mann seinen Bündel hoch. Das tatsächlich ziemlich schwer aussah. Möchtest du vielleicht tauschen? Fragte er. Mit was tauschen? Also jetzt Gameplay mäßig. Nicht tauschen. Irritiert trat ruhig einen Schritt zurück. Der Mann war nicht ganz geheuer. Er trat ebenfalls zurück. Tut mir leid, ich wollte dich nicht so überfallen, sagt er leise. Und dann ging er hastig an ihr vorbei. Und war schon bald nicht mit dem Rotkäppchen. Im Nachhinein zahlte der Mann Leid. Er schien keine bösen Absichten zu haben. Der ist doch jetzt zu spät. Das wollen wir zu unsichern. Aber mit was hätte ich denn getauscht? Hans, der Scammer. Ich bin übel low! Scheiße. Jetzt haben wir noch einen Shop. Ich will mal so einen heftigen Fight mal machen. Weil jetzt sind wir ja zu zweit. Oh. Erzeuge flinke Bewegung. Verbündeter erhält ein Block und ein Eisern. Okay. Wie lange bleibt das? Das hier sieht auch... Das ist auch sehr nützlich, muss ich sagen. Verbündeter erhält eins Energie. Das ist halt mehr Würfel, ne? Okay, nee, das... Aber das ist nicht gut. Wir machen auch noch diese... Oh, hi! Wo kommst du denn her? Jetzt wird er weg. Warte mal! Okay, das war ein Spielfehler, oder? Hat er sich versteckt? Das habe ich jetzt nicht verstanden. So. Okay. Also wir haben schon mal einen Würfel mehr. Das ist halt absolut überragend. Hier bestätigen wir das mal. So. Warte mal. Das ist mir geht in die Runde. Zufall erhält zwei Block. Wait. Sie hat jetzt geheilt? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Okay. Der hier greift an. Der greift sie an. Genau, und hier können wir tauschen. Verbinde für den Filt 1 Gift. Okay, das brauchen wir nicht. Das kostet übel viel. Wer hatte die Passive auf? Warum hat der jetzt geheilt? Das ist komisch. Wir machen mal erst mal eine fixe Idee. Wir ziehen mal noch ein paar Karten. Wir können jetzt noch einen Joker haben, was zu einem dritten Angriff führt. Ich würde aber gerne ein Tischlein deck dich sehen. Großartige Vorspeise. Wann sind zwei Würfel in den Joker? Wann sind diese Karte? Okay. Wir machen mal ein Tischlein deck dich. Das war jetzt sehr teuer. Aber guck mal, wir haben das jetzt hier. Das hält wahrscheinlich die ganze Zeit, ne? Das sind so meine Vermutungen. So, und dann machen wir, glaube ich, gar nichts. Weil sie kann ein bisschen gehauen werden. Das ist nicht schlimm. So, oh, die haben aber ordentlich Stärke dazu bekommen. Okay, weg, weg, weg. Wir wollen auf jeden Fall ein bisschen was Grünes haben. Oder Joker. Joke, genau. Guck mal. Halt das Ziel um zwei. Das ist nicht schlecht. So, der greift jetzt an. So, er hat einen zufälligen Würfel. Wir testen das jetzt. Weil das ist ja übelst gut. Das wirkt sehr stark. So, der macht nur fünf Schaden. Das könnten wir eigentlich blocken. Aber irgendwann müssen wir halt auch angreifen, ne? Machen wir mal so? Weil Healing finde ich schon irgendwie wichtig. Und dann machen wir, glaube ich, unsere ersten Angriffe. Oh, ich kann nicht anleiten. Weil ich dann... Ah, ich müsste tauschen alles. Kann ich so anleiten? Ah, lol. Ich kann immer nur links und rechts. Oh my God. Das hat jedes Mal einen Würfel gekostet. Das hat jedes Mal einen fucking Würfel gekostet. So, na gut. Das ist natürlich brutal. Boah, das ist krass. Okay, das hat aber nur eins gehalten. Das ist Infinity. Auf die Lauer legen. Ja, nochmal noch auf die Lauer legen. Das würde ich auch gerne sehen. Weil das ist ja strong. Also wir bauen unser Game erstmal auf. What the fuck? Okay. Ja. Also die Energie finde ich gut. Gut, ey, wir sind tot. Oh, die kann kostenlos brauchen. Okay. Also wir machen so. Wird die wiederbelebt? Wird das Einhorn wiederbelebt? Das wäre gut, to know. Oh, sieben. Also der gefällt mir hier sehr gut. Das ist, das ist wirklich stark. Energie ist wirklich sehr gut. So sind wir halt oh, mega fucking dead. Oh, das ist crazy. Also das ist ultra stark. So, we're still going. Ich hätte jetzt natürlich sehr gerne einen Einhorn gehabt, bin ich ehrlich. So, wir haben fünf Würfel. Okay, wir machen erstmal das. Dann haben wir erstmal Joker on the end. Dann haben wir wieder den. Also das ist insane gut. Das gefällt mir. So, der macht jetzt sieben Schaden. Ja, wir haben noch drei Stärke. Zwei. Noch eins. Okay. Also wir überleben das, weil wir einfach unfassbar gut sind. Aber. Noch keine Stärke mehr, ne? Stärke los. Ne, wir müssen ihn jetzt töten. Töten wir jetzt ganz gut. Okay, we're still going. Ich würde jetzt da, das ist ultra stark. Oh, das ist auch stark. Oh mein Gott, sie ist einfach tot. Ja, weil sie ist einfach tot. Bruder, was ist das für ein hartes Spiel. Aber so ist es. Maxi Markov hat mich geschwächt. Also Mixer Mockram. So, der Witten schüttelt an den Ästen und zerrt an den Rotkäppchen. Der Rotkäppchen suchte und er schützte an den großen Baum und hoffte, dass der Sturm bald wieder rüber zog. Da fiel ihr Blick auf ein verwittertes Blatt Papier, welches mit einem Nagel den Baumschrank befestigt war. Auf dem Blatt stand in großem Buchstaben Belohnung für jeden, der das Haar eines Einhorns oder den Hauer eines Wildschweins ab... Also, ich hätte ein totes Einhorn. Theoretisch. Kann ich nicht das Horn von dem toten Einhorn bringen? So, beobachte einhorn oder wenige Meter. Das ist eine Herde. Okay. Also, die sind ja sehr passiv. Die Schweine haben wir auf jeden Fall übel reingehauen. Aber die waren sehr passiv. Das ist schon mal gut. Boom. Zwei Block. Also, der will mich hauen. Aber ich habe... Wir müssen jetzt full Quick Math gehen. Also, wir machen es mal das, weil das OP. So, dann ziehen wir noch mehr Karten. Da können wir uns wieder auf den Lauer legen, was auf Dauer sehr gut ist. Jetzt haben wir sechs Würfel. Sechs Würfel bedeutet vier Schaden sind zwölf. Not enough. Jetzt sind wir jetzt tot. Wir sind tot. Ich habe ja keinen Block gezogen. Aber ich hätte ja nicht genug Schaden gehabt. Ich habe jetzt sechs Schaden und dann noch mal fünf. Aber wir können Block nutzen. Wir sind nicht tot. Ihr seid tot. Ich zeige euch jetzt mal, wie das Spiel geht. Wir machen jetzt noch das. Und dann... Ah, ich bin schwer. Oh, er ist immun. Ich muss mal alles wegschmeißen. Dieser Berg, Leute. Der Berg macht mich fertig. So, also. Zuerst das, weil das ist gut. Dann Energie. Oh, boy. Tischlein deckt dich, ist schwierig. Am I dead now? Aber wir haben noch Angriff. Sie haben noch sehr viel Angriff. Hast du mit Melenia geschlafen? Oh, my God. Ich habe keine grünen Würfel. Mal arbeiten. Ich kann das Spiel nicht. I'm dead. Ich wurde von Einhörnern getötet. Du hast mich sehr gut nachgestellt. Danke fürs Spielen. Spiel mal noch mal. Es zählt nicht. Aber wir geben noch vorher den coolen Code ein. So. Oder habe ich mich jetzt freigeschaltet, Leute? Habe ich mich jetzt selber umgebracht dadurch? Habe ich mich jetzt selbst umgebracht eigentlich? Und wir müssen auch sofort zum Shop. Leute, das ist schwierig. So, Kapitel 1. Besuch im Wald. Ist das jetzt nochmal das Gleiche? Genau, dann erschrake ich sie. Okay, wir müssen leider durchklicken. Weil sonst bricht es ab. So, aber wir haben das ja vor uns schon gehört. So, jetzt gewinnen wir. Die Nase ist perfekt geworden. Die Frisur. Frisur ist tatsächlich schwer zu finden. Aber früher hatte ich die, die du ausgewählt hast. Also Vergangenheitsmaxim ist zufrieden. So, das ist ein Schwein. Das ist ein Schwein. Die haben drei Angriffe und er kriegt jetzt nur Schild. Das bedeutet, wir gehen full death. Okay. Boah, die Ressourcen muss man sich übelst krass einteilen, Leute. Okay, das ist schon sehr gut. Dann haben wir ein bisschen Lack. Aber es ist auch ein einfacher Kampf. Die Wege haben einen Code für Maxim eingebaut. Ja, das war sehr süß. So, das Ding mag ich. Der ist aber auch cool. Aber, ja, Stärke hält halt nicht die ganze Zeit. Es wäre auch OP, wenn es die ganze Zeit halten würde. Aber es ist sehr schwer, dass Stärke sich Schritt für Schritt abbaut. So, jetzt kommt wieder Mixer, Morgram. Ich kann mich nicht mal verstecken. Holla, siehst du das? Gegen wen ich hier kämpfen muss. Aber ich kriege auch den Speer am Anfang. Ich muss mir selber sofort auf die Fresse hauen. Es geht nicht anders. Oh, eine Panzerung ist auch so fies. Das ist grausam, Leute. Okay, wir müssen einfach full Angriff gehen. Oder die Bogen. Die Bogensähne dazwischen finde ich auch gut. Er hat einen Joker dafür benutzt. Habe ich einen Joker? Weiß ich gar nicht. Ich würde dir auch gerne auf die Fresse hauen. Ja, aber muss ich den ja. Den ja. Guck mal, was der macht. Guck mal, wie viel Ausdauer ich habe. So, wir hauen einfach volle Wucht auf. Wir müssen jetzt ohne Buffs spielen. Aber der hier ist gut. Energie. Ach, Schwäche ist schade. Aber wie viel Block ich kriege? Too much. Oh, das ist aber gut. Oh, shit. So, wo ist hier mein Shit? Sehr gut, da habe ich einen zufälligen Würfel erhalten. Das ist gut. Weil den brauche ich auch. Jetzt machen wir ein bisschen mehr Schaden. Ein Leben der Arsch. So, ja, das war schwer zu verhindern. Also, ich habe jetzt einmal einen neuen Schaden kassiert. Ja, das tut weh. Aber ich finishe mich jetzt. Und dann war es besser als vorher. Boom. So, Sperrnehmer und Skell. Der Sperr ist wirklich gut. Also, der Sperr kann, wenn man viel blockt und Stärke aufbaut, man muss halt anders denken in dem Spiel. So, und jetzt brauchen wir zwingend den Würfel. Und den Wildnehmer. Sperrnehmer. So. Ziel verliert zwei Stärke. Alle Verbündeten erhalten drei Block. Tausche alle Verbündeten mit deinem zufälligen Nachbarn. Boah, das ist aber teuer. Nee, das ist nicht. Ich bin dumm. Das ist billig, sobald man zu zweit ist. Ziehe drei Karten. Erschaffe zwei gespeicherte Energie. Boah, das ist auch stark. Aua, ist denn teuer. So, wir gehen natürlich die schweren Kämpfe entlang und wir müssen einmal das Lagerfeuer angucken. Das würde ich auch gerne gucken, weil meine Vermutung ist, dass wir die Karten noch verbessern können. Das ist meine Hoffnung auch so ein bisschen. Karten verbessern wäre auf jeden Fall nicht schlecht. So. Das ist sehr viel Angriff. Das nehmen wir. So, der wilde Eber. Der kann erst mal swappen. For free. Wer hatte die Passive auf? Was ist denn die Passive? Der gibt sich auch Block. Okay. Jetzt würde ich gerne mal sehen, wie viel die Aufwertung wert ist. So, wir machen erst mal Zielen, weil wir haben sieben Würfel. So. Der verwandelt sich dann und wir gucken mal, ob das was bringt. Weil verliert er dadurch seinen Zug? Das ist die Frage. Wait, right? Muss ich mich da verlesen? Passiv nie allein gelassen. Ich finde Dragon's Dogma Art over Hype. To be honest, Rise of Ronen gefällt mir irgendwie besser. Ja, Rise of Ronen gefällt mir auch. Also, Dragon's Dogma werde ich mir, glaube ich, noch angucken, weil ich habe es ja schon installiert und so. Und ich habe es ja auch schon kennenlernen dürfen. Also, ganz lost bin ich nicht. So, wir machen das hier, weil das ist okay. So, der macht nothing. Rückwärts stolpern. Der hat Schiss. Oh, das ist ja geil. Da können wir das hier kurz angucken, weil die Passive ist jetzt zwei Block. Wir gucken uns das an. Er hält drei Block. Nee, warte mal. Ein Verbündeter kriegt drei und er kriegt zwei. Das ist cool. Kann der nur nach hinten steuern? Same Schilling, geiler Grafik. Ah, okay. Ich habe 60 Teil 1 nicht gespielt. Dann kann ich es doch nicht vergleichen. Aber der hat sich aber jetzt selber nicht den Block gegeben. Der hat sich jetzt selber drei gegeben. Aber guck mal, der kann sogar angreifen. So, machen wir so. Okay, das ist cool gemacht. Aber ich glaube, der überlebt das eh nicht. Wir haben ja sieben. Wir haben Togo, vier Angriff. Und tschüss. Okay, also das lief jetzt schon viel besser. Ist nur angespielt und war erschrocken, dass ich die ersten paar Missionen einfach fast decken. Oh lol. Okay, na, da habe ich keinen Vergleich. Da ist natürlich die Unwissenheit ein Vorteil. So. Ich entferne da die Stärke. Das ist auf jeden Fall schwierig. Flinke Bewegung ist aber, glaube ich, ganz geil. Wir nehmen mal das. Weil diese anhaltenden Effekte gefallen mir übelst gut. Und wir brauchen halt viel mehr Würfel. Und ich bin in letzter Zeit nur auf der Suche nach diesen grünen Würfeln tatsächlich. Also weiß bedeutet anscheinend einfach blank. Na, da kann man machen, was man will. Hauerstoß. Das ist halt günstig, ne? Zwei Verteidigungen. Das ist sehr gut. So, der will mich hauen. Guck mal, wir haben sieben. Das heißt, wir machen einmal mal den hier. Und dann könnten wir aber auch full Stärke aufbauen. Das machen wir mal. Wenn wir den Unterschied sehen. Was habe ich gerade gemacht? Egal. So, wir verdoppeln mal die Stärke. Jetzt haut er mich. Aber ist scheißegal. Scheißegal. Okay. Dann machen wir den Bums hier weg. Okay, wir haben sehr viel Angriff. Hervorragend. Also sieben. Den klatschen wir jetzt um. Der haut ihn. Dann machen wir mal einmal Schutz. Weil wir wollen, wir wollen auf jeden Fall HP konservieren. Das nehmen wir auch, weil das einfach gut ist. Das würde ich gerne sehen. Aber das wäre geil, wenn der tot wäre. Okay, los geht's. Acht. Sieben. Und jetzt greift die aber. Sie greift mich an. Tauschen. So. Spindwurf. Sofort auf. Nein, das war's. Okay, also der Hauer gefällt mir. Das Problem ist halt, dass alles Energie mehr Energie kostet. Also im Prinzip ist das so extra HP, die man durch Verbündete hat. Das ist einfach extra HP. Und du kannst dich dann quasi so swappen und so davor stellen. und so. So, und jetzt schießen wir die einfach tot, ne? Okay, das läuft viel besser als die erste Runde. Also viel, viel besser. Maximum schlicht die Persönlichkeit. Ich fand, die Beschreibung dort waren auf jeden Fall wild. Aber schlicht würde ich auch, würde ich mich auch sehen, glaube ich. So, wir nehmen einfach das Ding mit. Also das ist auch stark. Das kostet so viel. Aber das musst du wahrscheinlich später machen. Das heißt, du übelst auf Defense gehst und dann baust du immer mehr Stärke auf. Aber das Ding ist einfach consistent gut. Jetzt müsste noch eine Karte ziehen können oder so. Aber wir gucken uns das mal an. So. Nicht in der Demo. Okay, aber das wäre wichtig. Utility, Ability Upgrades. Das wäre, das ist sehr, sehr entscheidend. 10. Oh, 10 ist wenig. Wait, wie geht's mir denn? Charakterauswahl. Aha, da kann ich hier mein Team neu zusammenstellen. Ja, dann nehmen wir die Heilung. Okay. Gut. Weil Abilities oder Karten verbessern, das wäre schon sehr, sehr wichtig. Wir haben 400 Gold. Wir könnten hier, also müssen hoffen, dass wir hier nochmal Kohle kriegen. Und es dann nochmal hocharbeiten. Ich habe kurz Angst gehabt, das ist 12 Uhr schon. Die Lauerleger hatte zwei Sterne. So, die Sonne ging gerade unter, also rot-gelbisches Würzhaus. Ach genau, das ist wieder das Würzhaus. Das ist wieder der Goldesel. So, wir haben den Tisch geklaut, das letzte Mal. Wir haben das letzte Mal den Tisch geklaut. Das hat uns XP gekostet und wir hatten Tischlein decklich, was immer geiles Essen gemacht hat. Hat aber auch 5 gekostet. Was sehr viel ist. Wir helfen mal dem Wirt, damit wir mal den Unterschied kennen. So, sie gehört zu glauben, keine Grunde anzulügen, das erfolgt in der Anweisung. So leise, diese Kontext schließt sie sich und beholt sie an den Budel. Oh. Okay, also das gibt Kohle. Oder war das gerade random? Weil Kohle ist perfekt. Nee, ich habe Kohle verloren! Ich habe Kohle verloren. Das war ein Minus. Ich dachte, das war so ein Bindestrich. Na gut. Verbündeter hält eins der folgenden. Oh, Schwäche könnte auch dabei sein. Papas Bogen. Also es ist eine 2 zu 3 Chance, dass was Gutes passiert. Aber das hier sieht eigentlich geil aus. Er schaffe zwei gespeicherte Energie für eins Runde und wirf ein zufällige Karte. Also zufällige Karte werfen, das klingt irgendwie schon hart. Hier erhalte ich ein. Vorhin war es Umwandeln, aber das ist Erhalten. Ich habe Geld bekommen. Ach, ich habe Geld. Aber wo hatte ich nicht vorhin zu leben? Hier? Da habe ich mir einfach nicht gut gemerkt. So, dann machen wir folgendes. Wir machen... Kann ich die Karte nochmal sehen? Nee, ne? Wir machen mal das und das, aber es kostet nichts. Ey, war... Das war vorhin auch mit dem Schwein so. Das Schwein kam dann einfach random. So, wir dünnen unser Deck ein bisschen aus und dann machen wir so einen harten Kampf. Gut, Dorfbewohner. Dorfbewohner sind okayisch, weil die haben wenig Leben und wenig Rüstung. Okay. Hier machen wir die fixe Idee. Genau wegen sowas. dann den Pfeil nehmen wir auf jeden Fall. Erhalte einen Joker. Dann hätten wir acht. Eigentlich nicht schlecht. Wir haben jetzt nicht viel Angriff. Maxim's Sperr lohnt sich jetzt nicht, weil eigentlich würde ich das mit den Zielen kombinieren, weil das Zielen kostet wenig und gibt übel viel Stärke. Der Sperr von Des Wokram. Ich habe ja One-Shot und den. Und ich glaube, damit sind wir sehr glücklich. Das Schwein wurde vergiftet, also ich nehme es an. Oh, der sieht eigentlich noch nicht so schlecht aus. So. Hier können wir mehr Block aufbauen. Oh, der haut jetzt aber richtig zu. Impulsionsschub. Würde ich nehmen. Würde ich nehmen. Dann machen wir nochmal mehr. Wir können hier noch einmal blocken. Wir haben noch Energie. Leute, die sind ein guter Spieler. Okay, wir machen das so. wir machen den jetzt stärker. Killing. So. Bonk. Bonk. Der greift das Schwein an. Und wir können das Schwein, also das ist nicht clean, aber wir können es nicht ein bisschen schützen. guck mal, es hat nur zwei Leben insgesamt verloren. Bist du extra abgeschnitten? Na, ich bin, also die Kamera ist, also hier ist der Green Screen, ist nicht unendlich breit. Jetzt hat ich, ich könnte den näher ran an meinen Rücken stellen, aber dann habe ich hier weniger Platz und wenn mal hochkommt, dann ist hier auch weniger Platz. Das wäre auch nicht schön. so Süßigkeiten. Pass auf, wir machen jetzt folgendes. Wir machen das, das und dann die Süßigkeiten. Oh, das ist eine andere Fähigkeit. Okay, okay, krass. Gut. Kurzzeitig Angst. Okay, der greift das Schwein an und das Schwein bekommt die Verteidigung, die es benötigt. während ich hier den Eimer kurz anschieße. So, Bonk. Der ist jetzt zerbrechlich, kriege also weniger Armor, aber ich habe 7000 Würfel. Okay, also wir sind in der zweiten Runde viel besser. Was natürlich die meisten von euch auch erwartet haben. So, und jetzt gehen wir auf den One-Shot. Guck mal, wie wir ziehen. Boom. 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 Dann zielen. Stärke. Warte, das sind 5. Ganz schön teuer. Dann machen wir so. So, jetzt haben wir 6 Stärke und jetzt boom und boom. Okay. Also, der Speer muss gut kombiniert werden. So, also das Zielen ist geil, aber das ist noch geiler. Also, verbesserte Bogensehne ist Drehbogen. Ich habe aber so Angst vor diesen Events, ey. Scheiße, hätte ich hier hingehen sollen. Das war ein Fehler. Jetzt habe ich doch einen Shop weniger. so, umgestürzter Baum, versperrte den Weg. Neugierig drückte sie die Tür auf, aber das Haus war leer. Darin befand sich ein Tisch mit sieben Stühlen, die etwas klein erschienen. An der Wand standen sieben kleine Betten. Erst jetzt bemerkte Rotkäppchen, wie erschöpft sie war. Sie konnte kaum entscheiden, was für Loggen da war. Ein kleines Nickerchen oder eine warme Mahlzeit. Das ist schwierig. Beides klingt nach heilen. Aber wenn ich bei jemandem einbrechen würde, würde ich lieber etwas essen. Weil da kann ich bei Bedarf fliehen. Der Tisch war gedeckt mit verschiedenen Speisen, die Neugierungen gekostet zu werden. Rotkäppchen können den Geruch nicht widerstehen und setzt sich an eine kleine Schüssel. Die probierte von jeder Schüssel. Nur ein bisschen, das ist ja eklig, damit keinem auffiel, dass etwas fehlt. Rotkäppchen oder was? Okay. Marme Mahlzeit. Neue Handkarte. Okay. Vermittender Halt für zwei waren die... Na, das ist schon teuer. Aber wir nehmen es mal trotzdem. Da haben wir wenigstens ein Healing. Also wir können auch einen Kampf künstlich länger hinausziehen, nur um vom Healing quasi zu profitieren. So, das hier ist ein Feigling. Oh shit, das ist doch kein guter... Keine gute Würfelung. So. Nice, danke dir. Also der schildet die beiden, der greift das Schwein an und der versucht, mich zu vergiften. Wir tauschen mal die Position, damit der in den Schild rein donnert und das Gift kann ich eh nicht verhindern. So. Das ist ein Dorfaufseher, der wird dann zu einem wütenden Dorfaufseher. Aber ist immer noch ziemlich bad. So, und der macht Gegner schwach und fragil. Also den würde ich hier gerne one-tappen. Was aber nicht leicht ist. Wir haben wenig. Wir können mehr Tankiness aufbauen. Weil ich habe jetzt drei Angriffe. Das sind zwölf Schaden. Ich könnte höchstens den da töten. Ja, das mache ich auch. Wir töten den mal, dann geht der mir nicht auf den Sack. Das Schwein wird jetzt vergiftet, aber das ist okay. Leute. Danke dir, Alexus, für den Command. Das lieb von dir. So. Bam, 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 bam. Okay, wir haben sehr viel Angriff bekommen. Das ist gut. So, wir machen auf jeden Fall eine Energie mehr. Wir machen die fixe Idee. Wir machen wieder eine Energie mehr. Wir machen die Süßigkeiten. So. Der greift für fünf an. Der für drei. Hier würde nichts passieren. Der ist schon vergiftet. Den zu töten wäre natürlich fantastisch. Da müssten wir aber swappen. Ich habe acht. Acht sind vier. Vier mal vier sind 16. Also er ist tot und er würde drei Schaden kriegen. Scheiße. Na, ist ein bisschen unlucky. Aber ihn zu töten wäre auf jeden Fall sehr wichtig. mit Zielen hätten wir einen Angriff weniger, aber dafür drei Schaden mehr. Aber es sind ja vier Damage in der Angriff. Also Zielen lohnt sich da noch nicht. Als Finisher irgendwie schon. Oh, sie hat, warte mal, der ist ja gestorben. Oh, dann war es einfach ein Genius. der hat seine Agro verändert. So, das ist ein Probe-OP. Motivationsschube ist einfach GG, Leute. Bruder, ich habe zwölf Würfel. Wäre geil, wenn ich jetzt noch was gezogen hätte zum Heilen. Das wäre übelgeil geredet. So, 250. Papas Bogen. Ja, der ist ein bisschen random. Das hier ist aber verlässlich. Das könnte geil sein. Aber das ist einfach gut. So, hier mal wenig Auswahl. Wir heilen. Bum. Ist ja cool, wenn ich noch einen Verbündeten hätte. Okay, ab zum Endboss. wieder vertonen. So, wir gehen aber auf das Safe, weil mir wurde gesagt, ich soll lieber skippen. War sehr haarig. So, weil ich konnte vorhin den Knopf nicht richtig drücken. Klicken ist wichtig, ja. I did it. So, bevor wurde sie aufgesagt, sie hob, eilig den Bogen. Also, Rotkäppchen Bogen, das ist schon geil. Und sie verzeiht nicht, der Wolf schreckt es zurück. Aber meintens später sprang er mit ausgefahrenen Klauen auf sie zu. So, Rotkäppchen kämpfte gegen den Wolf. Oh, der hat über viel Leben. Und der hat irgendetwas krasses, ja. Der hat irgendetwas krasses. zu Beginn jeder Runde. Alle Gegner erhalten eins Beute. Gegner können immer den Charakter mit Beute auswählen. Es kann immer nur ein Charakter mit Beute geben. Ah, ich kann mich quasi nicht schützen. Ich kann mich jetzt schützen. Aber sonst nicht. Okay, wir machen erstmal den und den dann brauchen wir eine gute Idee. Wir könnten jetzt viel Schaden machen. Wir könnten jetzt viel Schaden machen. Große, große Hände. Okay. Also ich denke einmal so und den jetzt hier ein bisschen mehr schützen finde ich gut. und dann fangen wir an den Pfeilen zu perforieren und das behalten wir erstmal. Okay. Ja, das reicht denke ich schon. So, was hast du denn jetzt vor? Ich wurde hier geschwächt und ich bin Beute, aber das Ding ist halt Oh. Oh, 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 ja. Also er nimmt den mit der meisten Beute. Rechtsklick auf den Wolf. Uh, look at him. Dass ich dich besser sehen kann. Dass ich dich besser packen kann. So, okay. Angst wahrnehmen, das ist natürlich super. Ja, also das Ding ist halt, er kann ja trotzdem selber auswählen oder nimmt er immer den mit der meisten Beute. Es kann immer nur ein Charakter mit Beute markiert sein, aber offensichtlich sind ja hier zwei mit Beute markiert. Also wahrscheinlich der mit den meisten, gehe ich mal davon aus. Hier, Zier drei Karten wird ja auch nicht gemacht. Kann das sein? Oh, jetzt klappt. Wow, vorhin hat es nicht geklappt. Sorry. So, wir könnten hier natürlich auf lange Sicht mehr Rüstung aufbauen. Wir machen das mal. Weil das finde ich eigentlich ganz gut. so, dann lauert ja da unten irgendwo mein Speer. Der würde jetzt ultra kassieren. Wir verhindern mal ein bisschen Damage, glaube ich. Ich glaube, wir bauen mal etwas den Speer auf, würde ich sagen. Wir testen das mal. Fuck, wir müssen nur die Schwäche entfernen. 0,003, okay. Jo. So kommt er noch nicht gut. Also potenziell, dass wir halt mehr Angriffe machen können. So, der schwächt mich die ganze Zeit. Das ist disgusting. So, der ist eiser. der geht wieder aufs Schwein. Boah, der macht richtig viel Schaden. Fuck, der bringt mir jetzt ja gar nichts. Wir gehen einfach auf, ich mache nur drei Damage, aber es verschwindet dann, einem Angriff. Ja, wir gehen nicht auf Utility, Leute. Wir nehmen das, wir tanken jetzt mit dem Schwein. noch mal. Das juckt den überhaupt nicht. Ja, der hat einen harten Fokus. Der sitzt tot, Ne, der ist so lebt. Okay. Aber ich glaube, wir haben diese extra Energie ist halt Turbo Brocken. So, jetzt kriege ich auf die Fresse. Aber das ist scheißegal. Können Sie Schwäche beseitigen, aber es würde ja trotzdem noch was kosten. Ich glaube, wir machen die sogenannte Schuss- und Fuck-up-Taktik. So, klicke auf die Belohnung. Machen wir. Boom. Oh, neuer Charakter. Aha. Entfernt ängstlich und wütend. Unerwartete Sanftmut. Ich glaube, das Wort Sanftmut habe ich noch nie gelesen. Erzeuge Wolfspelz. Zufällige Gegner hat eins Schwäche. Okay. Erzeuge zwei Beute. Gegner können ja okay, okay. vier Block für drei. Aber ängstlich ist vielleicht irgendwas Schlimmes. Ja, machen wir das. Wait, ich darf den Wolf behalten? Großes, großes Maul. Nimmt eins Schaden pro Beute. Selbst erhält eins zerbrechlich und müde. Innerer Konflikte. Verliert fragil, erhält zwei Block und wechselt zu einer freundlichen Seite. Okay, das ist witzig. Ohne kriegen Würfel. Schwer atmen stand Rotkäppchen. So. Woher hat aber war ich da? So, ich kenne deine Großmutter nicht, nur der wirkte so, dass Rotkäppchen beinahe geneigt war, ihm zu glauben. Habe ich schnell genug geskippt? Ja, ne? Ich muss leider skippen. Woher hast du denn diese Kleidung fragt sie? Ich mache sie selbst und deutet auf einen kleinen Kopf mit Wolken nur wenigen Metern entfernt. Aber warum hast du mich angegriffen? Der Wolf setzte sich vorsichtig auf und deutet diesmal auf den Bogen Ich dachte du greifst mich an und ich wollte mich verteidigen Wölfe haben viele Feinde Rotkäppchen konnte nicht glauben dass sie den unschuldigen Wolf so missverstanden hatte in ihr regte sich Mitleid So ich streckte die Hand aus nahm eine der weichen Pfoten in die Hand und fragte Sam willst mich nicht begleiten So das ist sehr sehr süß Fortsetzung folgt Boom Geil Ich hätte kurz Angst gehabt dass die Demo vorbei ist Warum skippen weil sonst es aktuell noch einen Bug gibt dass sie nicht weiterspielen kann So er streckt die Hand aus Ist ja eine Demo hier Name eine der weichen Pfoten Genau Boom Okay Jetzt war ich kurz verwirrt weil der bei der Buchseite wieder begonnen hat Dank dem Wolf der den tiefen Wald gut auskanne dauert es nicht lange bis Rotkäppchen durch die letzten Bäume hindurch die Stadt erblicken konnte Sie war schon öfters mit ihrem Großvater dort gewesen selten allein und noch nie mit einem Wolf Stell dich mir auch ruiert vor Auch wenn es kein typischer Wolf war er rückte seine Schürze zurecht und versuchte anschließend nach sein Feld zu glämmen Ich war noch nie in der Stadt sagt der leise zu Rotkäppchen Wieso ist das so Wie ist das da so Rotkäppchen dachte immer lange die Frage nach Wann ist es laut und gemütlich Die Leute dort sind sehr freundlich Sie werden bestimmt helfen meine Großmutter zu finden Also das ist halt das ist unrealistisch Na der Wolf wirkte nach ihren Worten etwas ruhiger und ging in den Flass Okay Boom Jetzt kommen wir bestimmt so übelst lol Die böse Hexe Leute So wir gucken jetzt weil die Pfade tatsächlich sehr wild sind Zwei Shops hintereinander auch die Frage ob es unnötig ist oder nicht Zwei Shops hintereinander können auch stark sein Geh mal rechts entlang Das ist eine rein Rat Ratatouille Ratatouille war auch sehr rein Danach Folge von Skyrim Das hier ja Danach Folge von Skyrim und Prequel zu Half Life So der verjiftet nicht das ist schon mal nicht so schön So und Nimm 3 Schaden 1 Beute Also der wird immer fragiler aber der kostet rot Der kostet alles weiß ist oh ich muss swappen Wait ist das ein random swap es ist ein random swap ich habe zwei Angriffe jetzt warum ich jetzt keine drei karten gezogen das verstehe ich Aufläuft 3 confirm yes yes indeed Friede davon habe ich nicht viel also bumm so jetzt könnten wir müssen wir müssen noch mehr Beute drauf packen und ah aber sie kann jetzt angreifen das hat schon was cooles muss ich sagen aber du musst an die farben richtig abpassen ganz schön mächtig für so eine maus ja deswegen auch das wolf symbol er behält aber das ist den scheiß und er markiert den eh mit shit bro ich werde den aufessen der wolf ist ziemlich geil das mag ich nicht aber zwei Beute ist zu wenig würde ich sagen weil der Angriff macht ein Beute drauf wenn ich jetzt zwei Beute dann hab ich schneller den Ult bis ich mach mal das hier so als Utility aber eigentlich müsste ich schon langsam anfangen zu überspringen glaube ich das ist dumm dass ich das wähle so da gibt es keine keine Diskussion das Ding nehmen wir auch weil ist eine Unit so Ziel erhält drei Ausdauer Ziel 1 Ziel 0 1 oder zwei Karten ok ach so Ausdauer ist wie extra Energie oder was entfernt verzaubert das sieht auch wichtig aus gespeicherte Energie auf die Hand das ist übelst gut oh der kämpft bis zum Kampfes Ende ein Block pro eisernen Stapel das ist eine nette Passive da sind wir halt einfach tanky as fuck stärke entfernen kann ich leider nicht wir füttern nochmal den Esel wir nehmen mal das hier raus ich glaube mein Ziel wenn dann mache ich die Markov Kombo damit aber nicht damit ich glaube das ist scheiße aber ich glaube zweimal Fütter machen wir nicht ich verstehe noch nicht wann manchmal hier neue Sachen kommen manchmal nicht aber Edelsteinkiste klingt OP so das ist ein einfacher Kampf die Sperrwache ich nehme alles zurück also ich will jetzt glaube ich mit dem Wolf den essen oder oder der neuen Würfel der hat jetzt bereits Beute drauf ähm der macht 5 gegen den boah das ist unangene 5 Schaden finde ich zu viel ah okay verliert frangil ja ich glaube wir müssen den schützen also 5 finde ich dann doch zu eklig ich würde das auch mal sehen so und dann stacken wir aber glaube ich weiter Beute auf den oh shit ich bin übel dumm ne ich bin nicht dumm die Reihenfolge war okay die Reihenfolge war okay boom der kriegt 0 damage es war okay so aber ich würde dass der wolf eigentlich angreift das alles nochmal neu jetzt müssen wir nachdenken nachdenken ist leider super cringe alle vier runden eine weitere schildwache das ist eine coole idee okay da würde ich sagen wir geben den noch stärke und dann machen wir boom dann essen wir ihn einfach Leute haben die Wache gegessen wolf heulen verwandelt zerbrechlich in eisern oh das ist geil aber wir überspringen mal ja weil ich will mein deck nicht voll müllen mit karten die ich nicht 200% spielen will ich glaube so ein zwei utility sachen entferne dies entferne das finde ich gut gehen nochmal übrigens über den shop würde ich sagen ich habe Angst vor den ereignissen man so die peinliche ratter ich will den gerne in der ersten runde schon one shot das verstehe okay das war okay so was kannst du denn eigentlich was ist deine passive zufällige verbünder erhält eins immun runde zwei runden aha okay das ist gut 18 leben haut auf den wolf können wir die töten die rodde wir haben vier angriffe haut das hin mathematisch also wir haben drei schaden und dann kommt noch beute oben drauf haut das hin mathematisch bin zu fahrt zum rechnen wollte ich sagen welche benutzt die anderen beiden oder ja dann ist die dann esse ich die jetzt warum ist sie nicht tot Leute warum ist sie nicht tot beute macht ja mehr stacks guck mal das ding macht schaden pro beute das verstehe ich nicht er kriegt einfach null amor so ab du bist dran ohne stärke ohne sterbe alle doch sterne erst nur zerbrechen er kriegt keine rüstung er kriegt einfach keine rüstung das hat mich jetzt confused so das nehmen wir immer mit weil das ist einfach free so wir gehen über den ja wir gehen einfach direkt zum Schöpfer so die Straßen waren so voll das Rotkäppchen am Rand entlang lief um Menschen auszuweichen sie bock um die ecke und wäre beinahe mit einem Mann zusammengestoßen der sich scheinbar ebenfalls aus der Menge heraushalten wollte er stützte sich auf einen knorrigen wanderstock und sah erschöpft aus der Mann hob den Kopf und ihre Blicke trafen sich kannst du mir sagen wo ich eine Unterkunft finde fragte er der Mann war in Lumpen gekleidet und hatte nichts als einen Stock vermutlich konnte er sich keine Unterkunft leisten den Geld geben Rotkäppchen aber entschied sich der Mann selbst dort angekommen drückte sie mein Taler in die Hand das reichte für eine Nacht und das war okay das hat sich schlimm gelesen also wir kriegen eine Handkarte und Würfel also das war worth das hatte ich jetzt schlimm gelesen aber es war gut okay es war gut goldedel müsste zwei goldesel nach sie stapeln erhalte einen zufrieden würfel ziehe eine karte oh das ist heftig und der grinst also es war gut such dir was aus ich habe mir beides ausgesucht auch geil such dir etwas aus why not both so also das ist theoretisch immer noch sold out dann haben wir einen zauberstab verbündelter hält verzaubert das ziel wird von einem spezifischen anderen charakter verwandelt wird am Ende der runde um einzuzaubert äh reduziert das ist ja crazy ich weiß noch nicht was macht aktiviere aktiviere zufällig verbündeter erhält block oder zwei eigentlich beides gut eigentlich beides kind of good wir machen mal das und dann fieden wir noch ein bisschen ich brauche halt mehr card draw eigentlich card draw sind solche spiele sehr op so hoffentlich haben die nicht die gleiche passive weil wenn ja muss ich mich ultra beeilen ich was was okay also wir machen erst mal gold esel dann müssen wir auf jeden fall mehr karten ziehen dann nochmal das Dann kriegen wir hier ordentlich Damage. Ich nehme nochmal einen Motivationsschub. So, den können wir nicht viel beißen lassen. Also wir lassen jetzt auf jeden Fall Rotkäppchen hier arbeiten. Wir können nochmal flinke Bewegungen machen. Ich versuche den da hinten umzubringen. Was nicht leicht ist. So, der greift immer noch den Typen an. Ist aber nicht schlimm. Das heißt, wir geben den auch noch Block. Und er hat jetzt nur einen einzigen Schaden bekommen. Ja, wir lassen mal so. So. So, der markiert den jetzt wieder, wird er fleißig. Das Problem ist halt sie. Ah, sie hat einen Bogen, ne? Die juckt das gar nicht. Das Ding kostet halt auch 1 Energie. Da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Also ich nehme die Free Energy. Oh, das ist okay. Oh, wir könnten heilen. Das ist gut. Der Gegner hat Beute. Ja, aber nur eins. Das ist sehr wenig. Und wir bräuchten halt viele rote Attacken. Wir könnten jetzt mit dem... Also ein paar Mal angreifen, ja. Die Frage, ob das mehr macht. Weil das hier war irgendwie komisch. Und der haut das Schwein. So. Genau. Und jetzt könnte ich 4 Schaden an dem machen. Oder ihn halt nächste Runde finishen. Nachdem geht er auf mich. Ach, wir hätten zuerst swappen sollen. Nee, wobei, das ist random. Na. So. Das sind eine Menge Joker. Okay. Jetzt fressen wir den mit dem Wolf auf. Wir stacken einfach immer mehr ab. Also der ist jetzt 200% tot. Da ist der Goldesel. Ja, viel Spaß. Und jetzt wäre das halt... Aber es ist trotzdem nicht viel. Wobei, nee, warte mal. Wenn der Verstärkung bekommt, dann ist die Fähigkeit gut, oder? Warte mal, warte mal. Das muss jetzt noch auf... Oh, was ist das denn? Voller Angriff. Oh, das ist cool. Größter Halfstone. Aber das hat nichts mit Halfstone hier zu tun, tatsächlich. Halfstone ist nochmal ein bisschen anders. Aber... Ähm... Ist das dann so, dass der Biss dann doppelt so viel Schaden macht? Stärke zählt in den Schaden, weil ich fressen kann. Aber pro Stack. Quasi. Weil dann ist es ultra stark. Dann ist es ultra stark. Hey. So, auf einem kleinen Hof am Rand der Stadt bot es einen merkwürdigen Augenblick. Zwei Hasen, zwei Füchse und sogar zwei Löwen umringten zwei Männer, die mit Pfeilen auf Zielscheiben schossen. Ihre Pfeile trafen nur manchmal die Mitte, aber sie übten unermüdlich weiter. Einer der Männer bemerkte sie und winkte sie heran. Möchtest du mit uns trainieren? Fragte... Fragte er, Rotkäppchen zögelte kurz und die anderen Männer lachten. Wenn du dich nicht traust, gegen uns anzutreten, könntest du mir... Warte mal, könntest du zuerst mit ein paar leichteren Team... Ne, ich bin schon übel krass. Keine Angst, sagte Rotkäppchen. Ja, okay. Ah, der ist fucking Legolas. Er ist alleine. Er zeugt Hase Level 1. Weil er lebt im Schaden. Er hält... Warte mal, warte mal. Er hält 8 Block, hält 4 Leben, 3 Panzerungen und wechselt zu 2. Bruder. Wir sind noch bis 29. Ah, okay. Das macht er erst mal in der Lowes. Dann holt er seine Freunde. Ich könnte ihn one-shotten. Ich könnte ihn versuchen, zu one-shotten. Ja, aber das werden wir auf lange Sicht brauchen. Aber das muss erst bei 29 leben. Ich glaube, wir versuchen quasi ganz viel Beute auf ihn zu stacken. Ganz viele Beute-Steckungen. Und dann... One-shotten wir ihn. Ja, wir müssen alles auf Rot. Sehr viel Angriff. Ist eigentlich geil, aber... Ist nicht viel Rot. Okay. So, heilen, ne? Ja, wir machen mal weiter. Wir müssen dann auf jeden Fall seine Stärke einmal erhöhen. So. Okay, jetzt Schluss. Noch fünf Würfel übrig. Es ist dumm, dass diese einen Würfel da verbraucht haben. Aber dann heilen wir wenigstens. Der hat halt übelste Zerbrechlichkeit. Der ist einfach komplett tot. Der würde über unser Leben niemals Amor kriegen. So, jetzt hat er den Fuchs. Ja, das sieht gut aus. Okay, das ist gut. Das ist lucky, dass wir das bekommen haben. Also, das, 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 das. Das. Bis. Wait. Aber er hat ja doch noch Amor übrig. Halt, stopp. Er hat ja doch noch Amor übrig. Leute. Das ist weird. Aber er hat sehr viel Beute drauf. Aber wir haben nicht die Extra-Stärke. Das wirkt momentan nichts. Wir machen mal. Wir testen das jetzt. Hält zerbrechlich und müde. Wir testen das mal. Aber das sind jetzt noch zwölf. Aber das ist jetzt geschwächt. Wir machen es noch nicht. Ja, das wäre dann 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 gewesen. Aber er behält die Beute. Also die Fähigkeit bleibt trotzdem insane. Wir haben nur weniger Würfel. Der hat jetzt unser Schwein gehauen. Aber das ist nicht so schlimm. Wir haben ja hier noch übelste Sachen. Warte mal. Was passiert jetzt bei fixer Idee? Nothing, oder? Ah, nee. Ich fange wieder von vorne an. Okay. So. Der haut jetzt weiter mein Schwein. Ich töte den noch jetzt einfach, oder? Also er kriegt jetzt jedes Mal zwölf Damage. Das muss doch ausreichen. Leute. Ich muss gleich essen, ne? Also er ist müde, aber das ist okay. Aber 1 Stärke wäre ja schon geil. Warte mal. Wir machen mal so. Und das müsste jetzt ja schon übel ausrasten. Jo. Jo. Okay, also der Wolf. Der hat Single-Tage-Damage des Todes. Du bist ja richtig gut. Ja, ich habe dich gefressen, Bruder. Und hier kann man sicher noch was lernen. Erster Jägerbruder. Aha. So, was kann er denn? Gegner nimmt 1 Schaden. 25 Schaden nimmt 1 Stärke. Okay, das ist krass. Aber sehr teuer. Passive. Bei Erlitten im Schaden. Erhält zuerst Block. Halt um 5 und wechselt zu 2. Jägerbruder. Und steuert mit Übungslevel 2. Okay. Begleiter. Erzeuge den Hasen. Okay, also die Spells sind sehr teuer. Schützen, was lieb ist. Andere 1 Block. Erzeuge 1 Energie. Boah, sehr teure Spells. Aber es ist besser als die Ratte, glaube ich. Aber es ist besser als die Ratte. Scheiße, muss ich gleich los. Ich probiere es trotzdem nochmal zum Boss zu kommen. Zeitlich ein bisschen tight gerade. So. Jo. Okay. Die haben riesengroße Eier in der Hand. Er hat keine Waffe. Wir machen einfach Shield Bash. Okay. Wir brauchen erstmal eine gute Idee. Wir nehmen immer den Goldesel. Joker nehmen wir immer. Süßigkeiten. Kiste auf Doom. Drei zufällige Würfel, wenn ihr gerade bekommt. So. Erhält 1 Block. Ungefärmt, ängstlich und wütend. Okay, also der kriegt fast kein Damage. Aber 25% ist mir zu wenig. 1 Block erzeugt Energie. Okay. Die Fähigkeit ändert sich. Die Fähigkeit ändert sich. Also der ist wimperverrückt. Und das kann ich nicht lesen. Weil es zu weit rechts ist. Okay. Ich würde auf den One-Tap gehen. Also das hier ist egal. Sie hält das aus. Der hat den in der Mitte markiert. Und ich habe übel viele Würfel. Ich glaube, das brauche ich später irgendwann. Ich fange an, ihn zu beuteln. Ja, das ist mathematisch dumm gewesen von mir. Ich könnte jetzt auf High Roll gehen. Okay. Rotkippchen machen du das mal wieder. Okay. Ich kriege ein Damage. Fähigkeit der Brüder werden bei der Benutzung immer besser. Immer? Es steht nur, da verändert sich. Also Veränderungen. Ist ja schwierig, Leute. Oh, die bachen sich jetzt gegenseitig. Ja, dann halt schon. Ich würde auf jeden Fall... Ne, das machen wir nicht. Er ist so fragil. Er kann einfach keine Rüstung kriegen. Er ist einfach arm. Er ist einfach rüstungsarm, Leute. Ich meine, wir können uns jetzt heilen. Und dann könnte ich das mal sehen. Fähigkeit ändert sich. Die wird billiger. Der ist weird. Das ist ein weirdo. Okay. Dann schießen wir jetzt ganz normal. Und wir enden die Runde. Halten wir eigentlich die Würfel? Ich würde eigentlich mit dem Wolf arbeiten wollen. Und dann... Dieser On-Hit-Stack ist sehr, sehr strong. Alter. Also der kräft das Schwein an. Du kannst... Von hier aus nicht attacken, oder was? Ich kann nur den angreifen. Ich könnte nochmal switchen. War jetzt teuer. Aber ist okay. Weil wir haben... Zwölf Billionen... Würfel. Das ist ja jetzt, ey. So, wir machen mal das auf den. Jetzt ist der Stärke 2. Und das war jetzt schon ein Fehler. Scheiße, ich bin dumm. Weil... Ah, nee. Das war jetzt dumm. Ich hätte das danach machen sollen. Dann wäre das jetzt ein One-Tap gewesen. Okay, das merke ich mir. Die Stärke muss man halt richtig schlau berechnen. Das war sehr schlecht von mir. Weil es ja pro Angriff runter geht. Jetzt habe ich einfach überhaupt... Mein Gehirn nicht benutzt. Ich habe zwei Joker bekommen. So. Wir essen den jetzt trotzdem auf. Was er sich jetzt setzt. Wir machen mal noch eine Heilung. Weil das zählt ja die ganze Zeit. Und der hat jetzt gar keine Chance mehr. Also he dead. He not dead. He not dead. My Gehirn ist dead. Oder diese eiserne Kiste ist komplett im Balance. And I love it. So. Gut. Ruhe. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Der Wolf ist ein neuer Carry. Wenn er sie macht, mehr Damage. Aber wenn man Hyperintelligenz hat. So wie ich. Der Goldesel ist nicht verankert. So. Jetzt pass mal auf. Listen. Wir machen jetzt bumm. Bumm. Jetzt hat er vier Zerbrechlichkeit. Jetzt machen wir Zielen. Und jetzt macht er sieben Milliarden Schaden. Der Wolf. Sieben Block. Und müde. Müde. Hm. Könnte Leben retten. Aber Zielen, Junge. Zielen. Eine Katze. Husch der Rotkämpfchen vorbei. Und verschwand. Oh mein Gott. Es sind die Hannover Stadtmusikanten, Leute. So. Rufen wir ins Schaute durchs Fenster. Doch zur Beraschung. Seid ihr ein Hund? Genau. Wir haben lange geübt. Und sind deutlich. Es sind endlich bereit, als Stadtmusikanten aufzutreten. Sprach der Esel zu den anderen Tieren. Und ich kann nicht glauben, dass es endlich soweit ist. Wälte der Hund. So. Es ist natürlich schwer zu sagen, was wir hier machen. Also wir helfen denen. Öffnen langsam die Tür. Die Katze sprang auf. Was willst du? Ich habe Gespräch zu ver... Jawoll! Würfel! Weil helfen ist OP. Also Würfel. Ich weiß nicht, ob es etwas Besseres als Würfel gibt. Was ist das? Was ist das für ein großer Geflug? Okay, also Stadtwache muss sterben. Stadtwache muss sterben, weil die holt sonst jemanden dazu. Wir haben zwölf Würfel. Mit ein paar Bissen, aber nicht viele. Also die müssen wir one tappen. So, jetzt haben wir noch einen Angriff. Das heißt, wir machen jetzt Zielen. Und nochmal Zielen. Und dann müsste das 10 Milliarden Schaden machen, richtig? Die sind mehr erwartet. So. But he dead. Der geht immer noch auf mich. Das ist cringe. Okay. Wir hätten noch einmal mehr angreifen müssen. Aber er hat noch eins stärker. Aber das bringt uns nichts. Jetzt sind wir auch richtig müde. Ja, so toll sollte man durchlesen. Aber wir spielen auch schwer. Warte, wir haben die Eisenkiste. Aber wir sind gut. Okay. Der haut wieder den Wolf. Übelste Sorte. Können wir... Du bist tot! Was ist mit dem Schwein passiert? Was ist mit dem fucking Schwein passiert? Also ich kann dem keine Rüstung geben. Er ist wirklich... Er ist... Symposive. Ich bin betäubt. Disgusting. Okay. Äh, die Maus. Die Maus ist auch gefährlich. Die ist reinlich. Und die kriegt irgendwelche Rüstungssachen oder so. Und dieser Lebkuhmann... Der ist mir zu gefährlich. Ein Verbündeter erhält. Aber welcher Verbündeter? Huh! Wir müssen jetzt weiter einfach auf den schießen. Scheiße! Ich habe mich... Ich habe mich einfach... Ich habe mich... Zu... Zu... Zulässig. Zwei Schwäche. Jetzt alles rot. Jetzt wollen wir es nicht brauchen. Okay. Wir brauchen erstmal eine gute Idee. Wir brauchen eine gute Idee. Dann brauchen wir... Super viele Süßigkeiten. Ah, ich verstehe das Spiel nicht. Wieso hat er das... Also war das... Ist das ein Oder? Oh, der bufft sich selbst. Das ist gut. Der vergiftet... Unlucky, würde ich sagen. Aber wir können swappen. Okay. Ich sehe... Das ist ein Win. So. Bumm. Oh, mein Gott. Okay. Also er rastet gleich richtig aus. Aber er ist noch fast tot. Leute. Er ist noch fast tot. Oh, mein Gott. Der Dreieck aus dem Block. Dann steht ihn jetzt mal. Kriegt er denn so viel Block? Der will das Schwein töten, Leute. Das können wir nicht zulassen. Wir können hier Schwäche entfernen. Aber der ist übelst scheiße am Angreifen. Aber wir testen das mal. Boom. Guck mal. Jetzt ist er übelst krass. Wir machen auch den Markovschen Speer drauf. Jetzt los. Jawoll. No. Egal. Das Schwein lebt noch. Wir haben noch die Ratte. So, jetzt kommt der Wolf. Okay. Das könnte klappen. Also wir machen erst mal hier den ganzen Bonus. Ah, hier. Ach so. Das sind Oder. So. Also dieses Oder macht mich ganz traurig. So. Der hat noch 10 Leben. Das reicht jetzt. Time to pay for your crimes. Oh, der hat jetzt legit 1 Stärke bekommen. Fähigkeit ändert sich. Ach, guck mal an. Jetzt ist das 35%. Jetzt sind das 2. Also der spielt die ganze Zeit TFT. Aber ist ja actually not bad. Ich hätte gerne diese Suppe. Zum Heilen. Ich hätte gerne diese Suppe. Aber das ist auch gut gewesen. Also das starke Wille hat uns tatsächlich das Spiel gewonnen. Wird die noch besser? Ne, das war's. Das ist das Maximum. Du kannst ja nicht mehr da. Die auch nicht. Kidding. Ich bin jetzt auch. So. Also wir sind nicht gut. Hast du das neue TFT-Set schon probiert? Ne, wir sind irgendwann später beim Turnier eingeladen. Ende des Monats. Bruder, das ist hier Ingmar. Eigentlich not bad. Würde ich nehmen. Bei 3 Leben heilen können die jetzt langsam wichtig werden. Ich kann auch jetzt mein Team noch nicht zusammenstellen. Das kann ich Gott sei Dank hier. Also wir tauschen. Und dann heilen wir. Und dann machen wir jetzt den Boss. Das muss man leider skippen. Sie. Sie hat schwarze Haare, blasse Haut, rote Lippen, die sie vor Wut verzehrt. Wo sind die sieben Zwerge? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Versuche der Wolf, der fremden Frau zu beruhigen, aber vergeblich. Sie griff in ihren Korb und warf einen der Elbe nach dem Wolf. Rotkäppchen trage hasst dich zwischen die beiden. Das heißt, die kriegt voll den Apfel ab. Rotkäppchen kämpft gegen die Frau. Also, wir kämpfen gegen eine hässliche Hexe. Oh, die ist überhaupt nicht hässlich. Warte mal, Schneewildchen rastet aus. Wieso denn Schneewildchen? Oh, die macht auch Giftschaden. Das ist auch mein Wolf. Aber der ist cool, aber ist doch teuer. Meine 1 Stärke ist sehr wertvoll, aber es ist zu teuer. Mir wird schnell 2 Gifts pro Block auf ihr. Oder was, die vergiftet sich selbst? Oh, die kriegt halt mehr Gift-Damage. So, wir machen mal ein paar Stacks drauf. Das ist zufällig, ne? Aber hier kann ich Gift runternehmen. Alter, die Rade ist ja Turbo Strong. Boom! Haha. So. Jetzt könnte ich den verbessern. Aber machen wir nicht. Machen wir noch einmal Block hier. Und dann können wir eigentlich auch... Ne, das ist noch nicht Wolf. Wir schießen jetzt weiter auf die Oma. Oh shit, der Spiegel. Ein zufälliger Gegner hat 1 Gift. Tausche alle Gegner mit deinem zufälligen Nachbarn. Wow. Die vergiftet sich selbst. Johnny ist gestern im neuen TFCs jetzt verzweifelt. Ist das so? War nicht cool? Oder hat er einfach kein Glück gehabt? Leute, ist das... Fehlen da... Fehlen das Glück? Also das ist ja Turbo Random, was hier passiert. Acht Angriff. Das ist nicht gut. Du hast 2 Gift. Einen zufälligen Status. Nein, die 2 Gift kann erst mal vertragen. So, Maxim's Speer bringt uns leider gar nichts. Also jetzt verdoppeln ist auch kind of whack. Aber ich glaube, wir beißen sie tot. Wir machen einfach mal weiter. Meine 8 Schaden tanke ich ja easy weg. Jetzt ist die mittlerweile bei 7. Das heißt, wenn ich dann einmal die Kombo habe... Dann wird das sehr gut. Die haut mich jetzt. Das tut natürlich weh. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie eine zweite Phase hat. War nicht in Form leider. Nein, das ist auch kacke. Die TFT ist schon sehr anstrengend. Oh, ich bin zu weit außen. Fuck. Oder? Kann ich das angreifen? Doch, kann ich. Ja, dann ist GG. So, 8 Schaden auf Dings. Aber wir machen hier jetzt 7 Billiarden Damage. Dann machen wir noch mehr Schaden. Und noch mehr Schaden. Und noch mehr Schaden. Und dann würde ich sagen, beißen wir mal einmal rein. Bist du mit Melenia geschlagen? Und noch mal. Alter, ich bin sehr müde, Alter, doesn't matter. Alter, der Wolf. Tausend. Oh, hier fehlen die Bilder. Vier giftige Kooperationen. Einsicht. Ziel heilt. Oh, das ist cool. So, jetzt gehen wir die Hexe. Also, Schneewittchen. Entschuldigung. So, hier fehlen noch die Spells. Wir bestätigen das natürlich trotzdem. Wir kriegen noch einen Würfel mehr. Und ich glaube, jetzt ist es over, ne? War jetzt die Demo vorbei? Wir müssen jetzt leider skippen, skippen, skippen. Stopp! So, ich glaube, ihr legt ein Missverständnis vor, sagt sie langsam. Sag uns erst einmal, wer du bist und was du willst. Also, erst einmal der Wolf, wenn sie 12.000 Mal reingebissen. Wo die Augen von der Frau noch immer Wut aufblitzt, setzt sie gleich wieder. Mein Name ist Schneewittchen. Als ich heute Morgen vom Markt zurückkam, war das Haus leer. Ja, meine Freunde, die Zwerge sind verschwunden. In den Wänden habe ich Kratzsporen von einem Wolf gefunden. Oh, dann verstehe ich das. Dann war es ein anderer Wolf. Dieser hier war den ganzen Tag bei mir. Also, das ist ja auch eine Quatschaussage. Wir hätten ja beide zusammen die Zwerge natzen können. Es tut mir leid. Ich bin einfach nur besorgt, als ich euch sah, dachte ich. Okay. So. Wir müssen leider durchklicken. Rotkäppchen trat vor. Und wann ist es hier neu, dein Schneewittchen? Das, was du da erzählst, klingt meiner Geschichte sehr ähnlich. Meine Großmutter ist ebenfalls zwischen. Die verlieren alle ihre Großmutter. Ich war gerade auf dem Weg zum Schloss, um Hilfe zu holen. Okay. Wow. Das war schnell. Gut. Das war niedlich. Leute, das war sehr, sehr niedlich. Wir sind auch zeitlich sehr gut. Also, nicht so gut, wie ich es gerne hätte, aber es wird trotzdem gut. Ihr könnt es gerne wishlisten. Once upon a rogue tale. Sehr niedlich. Also, diese Idee hier, die ist schon sehr, sehr cute. Hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, euch auch. Wir sehen uns morgen. Recht normal, würde ich sagen. Morgen habe ich... Nee, morgen später. Morgen muss ich meinen Sohn zum Kieferorthopäden bringen. Morgen fangen wir etwas später an. Aber machen dann trotzdem noch normal unser Ding. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen. So, Liebe geht raus. Das ist sehr, sehr lieb. Oh. Oh, mein Rücken. Und dann würde ich sagen, gucken wir morgen, was wir so machen. Ich habe noch ein bisschen Bock auf Ronin. Und ich glaube, privat teste ich mal so ein bisschen Dragon's Dog mal an und gucken jetzt an, ob das für euch auch cool ist. Okay? Das heißt, ich sage den YouTube-Leuten schon mal Tschüss. Das war sehr, sehr... thed.